Helmut Zenker, Schussgefahr, ein Peter Patzak-Zenker-Hörbuch Die Hauptpersonen Erwin Haumer, 44 Gauner mit Ideen, lebt und stirbt und lebt und Elfriede Kalbeck, 32 Hausfrau mit Hank zur Heimarbeit Edwin Lund, 34 Kommt aus Dänemark und lebt von Toten eigener Herstellung Ilona Rössler, 21 Gibt bezahlte Interviews Gerald Wiesinger, 17 Steckt in Ersten Waffengeschäft Adolf Kottern, 41 Immer noch Major im Wiener Sicherheitsbüro, zur Zeit nicht einmal suspendiert Paul Schremser, 55 Dezernatsleiter, lebt derzeit auf einem großen Fuß, weil er im Toto gewonnen hat Alfred Schrammel, 50 Unbedeutender Autor und Kriminalist Bricht einen Rekord und kein Herz Als Trio sind die Kriminalbeamten Kotterns Kapelle, die die österreichische Pop-Szene auch nicht revolutionieren wird Jakob Urmacher, 53 Alphons Stoiber, 45 Robert Bellinger, 44 Bildner ein Trio, das sich nicht der Musik verschrieben hat Herbert Pilch, 55 Bester Polizeipräsident aller Zeiten Will gegen eine Kampagne kämpfen Heinz Bauer, 54 Stiefbruder und Chef der Staatspolizei Renate Murawatz, 27 Leichtes Mädchen, das mit Hilfe von Kardinalschnitten schon ziemlich schwer geworden ist Außerdem Allerhand Tag- und Nachtmenschen Wenige Zeugen und zahlreiche Ahnungs- und Alibylose Der Roman spielt Ende der 80er Jahre in Wien unter Umgebung Angaben ohne Gewehr Hinweise und Ratschläge für den Benutzer 1. Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem neuen Buch, das Sie mühelos in einem Tag auslesen können Sie haben sich für die Ausführung ohne Fernbedienung, Schlummerautomatik und Versicherungsschutz entschieden Ihr neuer Kriminalroman ist ein österreichisch-deutsches Qualitätsprodukt Über Vorgänge und Fortsetzungen informiert Sie gerne der Buchhändler Ihrer Wahl 2. Grundlegende Richtung Cotton ermittelt Schussgefahr, will eine motivierende geistige Plattform und Orientierungshilfe auf anspruchsvollem Niveau sein Der Autor bemüht sich seit 20, in Worten 20, Jahren um das fruchtbare Gespräch zwischen Wissenschaft, Kunst und Glauben Der Roman versteht sich somit als konstruktive Austragung gesellschaftlicher Auseinandersetzungen Mit weltanschaulichem Hintergrund Er orientiert sich an den geistigen und sittlichen Werten der Heimat An der österreichischen Identität, am Willen zur Aufklärung und Schadenfreude 3. Möglicherweise weist das vorliegende Buch noch Druckfehler oder denktechnische Mängel auf Die Angaben in diesem Roman werden jedoch regelmäßig überprüft und in eventuell folgenden Ausgaben nicht korrigiert 4. Dieses Produkt kann ohne Änderungen von ungeerdeten, neutralen Personen gelesen werden 5. Das Innere des Buches steht unter Spannung Der Umschlag sollte zur eigenen Sicherheit, obwohl es sich nur in seltenen Fällen um tödliche Spannung handelt, nicht entfernt werden 6. Placieren Sie das Buch so in den Händen und vor dem Körper, dass die Luft gut um das Buch zirkulieren kann Es muss überschüssige Wärme gut abgeben können Aus dem gleichen Grund sollten Sie keine Däckchen oder Wäsche auf das Buch legen 7. Die Einhaltung von Punkt 6 ermöglicht und erleichtert zudem rasches Wiederfinden 8. Beachten Sie bitte, dass das Buch nach jeder Seite einen Ventilationsschlitz eingebaut hat Wenn durch diese Schlitze Wasser, Sterin oder dergleiche in das Buch gelangen, kann der Inhalt Schaden nehmen 9. Reinigen Sie den Umschlag mit einem weichen, antistatischen Lappen, Spiritus oder andere Löwungsmittel sollten nicht verwendet werden 10. Schussgefahr darf nicht einmal in Leihbüchereien gestohlen werden 11. Dieses Exemplar gehört, bitte Namen aufsprechen 12. Dieses Buch entspricht keiner EG-Norm, schon gar nicht der EG-Richtlinie 76-889-EWG 13. Es gelten die Klauseln B39, B57 und E604 14. Die Anschaffung eines Zweitexemplars wird ausdrücklich empfohlen Es besteht Weiterempfehlungspflicht 15. Remember Roy Orbison Ein Fall wird kommen We are on the road to nowhere Come on inside David Byrne Ein Bourbon muss doppelt sein, sage ich Sonst taugt er nichts Bis jetzt, Cotton, behauptet mein Polizeipräsident, sind sie mir nur als unermüdlicher Biertrinker aufgefallen Heribert Bilch ist ans offene Fenster getreten Sein beliebiger Blick über die dunstige Stadt ist derzeit von afrikanischen Moskitonetzen getrübt Ich lasse die Whiskyflasche nicht aus, weil ich noch nicht weiß, was die ungewohnte und plötzliche Menschenfreundlichkeit des Präsidenten bedeutet Was kann er wollen? Einen schmeichelnden Artikel im polizeilichen Beobachter? Meinen Rat in privaten Schwierigkeiten? Ein paar Floskeln für seine bald täglichen Pressekonferenzen? Dass ich und nicht er in Aktenzeichen XY zu Gast war, wird ihm nicht gefallen haben Müssen sie es spannend machen? Nein Also fehlen ihm nur, wie immer, die richtigen Worte Seine plötzlich ausgestreckten Arme zielen auf seinen bombastischen Schreibtisch Auch seine unausgesprochenen Sätze klingen wie Anklagen und Befehle Was soll ich machen? Die mittlere Lade öffnen Ich widme ihm geballtes Desinteresse, weil ich weiß, dass er oben im Schreibtisch nur Fliegenklappen in drei Größen aufbewahrt Bilch lässt seine Arme nicht sinken Sein Gesicht verändert sich in eine dunkle Witterwolke Ich ziehe die quietschende Lade heraus Unter den geputzten Fliegentötern liegen drei gefaltete, karierte Ringblätter Lesen Sie! Zittert die Stimme vom Fenster her Das erste Blatt kann man allerdings nicht lesen Mit schwarzem Kugelschreiber hat ein grafisch bescheidenes Talent Einen Galgen mit Schlinge, einen Dolch, einen Sarg und sechs Rufzeichen gekritzelt Ich blicke Bilch an, der jetzt sein Halbfolges Sligowitz-Glas umklammert Er nickt, weitermachen Auf dem zweiten Blatt steht in verwackelten Blockbuchstaben Herr Polizeipräsident, ich fordere Sie auf, zurückzutreten Ich kann ein Grinsen nicht zurückhalten Auf dem letzten Blatt ist ein düsterer Wald Von unterschiedlich großen Friedhofskreuzen zu sehen Ist das eine Drohung? Möglich, sage ich Alle drei Blätter waren in einem Umschlag Wer denkt sich diesen schrecklichen Satz aus? Ich weiß es Das Glas des Präsidenten zerschellt auf dem Baguettesboden Sein entsetztes Gesicht fragt Name? Karl Graus Der Blummenhändler aus Florensdorf? Nein Aber wenigstens polizeibekannt Seit 1919 Verstehe ich nicht Gibt Bilchleise zu Und Sie scheinen das erwartet zu haben Die Aufforderung hat nur einem ihrer Amtsvorgänger gegolten Der Graus hat das damals sogar plakatieren lassen Wo? In ganz Wien Was ist aus ihm geworden? Er ist gestorben Zurechtfindet Bilch Und der Brief an mich Ist nicht ernst gemeint, meinen Sie? Ich zucke kurz hintereinander die Schultern Bilch zuckt zurück Überquert den Scherbenhaufen Und stellt sich in Geruchsnähe auf Der Schweiß durchbricht die Fesseln seines englischen Rasierwassers Kottern Sie haben ab sofort einen Fall Nebenbei Haben Sie einen anderen? Noch nicht Der Präsident wendet sich ab Bleibt mit traurigen Augen Vor einem kreisrunden hellen Fleck auf dem Boden stehen Genau da ist bis vor zwei Wochen Der große Präsidiale Philodendron gestanden Während einer persönlichen Abmahnung Schrammels Hat der Sicherheitsbürokater Der auch auf den Namen Oberst nicht hört In den großen Topf geschissen Schrammel, der einschreiten wollte Hat wegen des Gestanks noch dazu gekotzt So was hält der beste Philodendron nicht aus Zufahrt Aber als ich näher kam, sah ich Dass die Ruinen bewohnt waren Angela Carter Der weiße Golf Ein Funkstreifenwagen hält am gelben Streifen Vor einer durch Rotlicht gesperrten Kreuzung Über die Außenseite der Windschutzscheibe Grabbelt bedächtig ein grauer Käfer Er glänzt in der schon tiefen Nachmittagssonne Im nächsten Moment Wird er vom Scheibenwischer erfasst Den einer der beiden uniformierten Polizisten Im Wagen eingeschaltet hat Der Käfer kollert auf die Motorhaube Kommt auf dem Rücken zu liegen Und stellt sich tot Sirene und Blaulicht Machen nur die Passanten neugierig Sie könnten unterbleiben Während Hannes Schwandel Und Franz Kölminger Im Polizeigolf zur angegebenen Adresse In der Hellwagstraße fahren Schwandel und Kölminger Sind seit zwei Jahren Eine der regelmäßigen Besatzungen Der Funkstreife Irene 1 Die Regelmäßigkeit wurde nur Durch regelmäßige Erkrankungen Kölmingers Und Urlaube unterbrochen Schwandel lenkt den Wagen Er ist 34 Schmal Nicht besonders groß Höchstens im Sitzen Und riecht nach Kamei Classic Seine Gesichtshaut ist ständig gerötet Zwei Talgdrüsen auf dem Rücken Die längst hätten aufgeschnitten werden müssen Zwingen ihn zu vorgebeugter Haltung Über dem Lenkrad Um den schmerzhaften Kontakt Mit der Rückenlinie zu vermeiden Schwandel schweigt Außer dem Geräusch des Motors Sind nur das Pfeif und Brummen Des Polizeifunks Und die monotone Nie stolpernde Stimme Des Sprechers zu hören Um 14.20 Uhr Wurden sie zu dem Unfall Auf dem Handelskeh geschickt Vorher war Schwandel durchaus gesprächig Meistens berichtet er von seiner Frau Paula Katharina Knapp über 30 Ziemlich ausführlich berichtet er Vor allem über ihre Fantasie auf sexuellem Gebiet Wenn nur die Hälfte der Berichte stimmt Denkt Kölminger Müsste sie mindestens Olympiadurnerin sein In einer sowjetischen Mannschaft Der Fahrtwind bläst den Käfer endgültig vom Auto Kölminger unverheiratet 27 Einigermaßen übergewichtig Sitzt in seiner üblichen Haltung Auf dem Beifahrersitz Linke Hand auf dem linken Oberschenkel Die rechte Hand in der Plastikschlinge Zwischen den Seitenfenstern Kölminger in seiner Freizeit Fast ausschließlich Hobbykoch Duftet immer nach irgendwelchen Gewürzen An drei von fünf Tagen Nach Estragon Seit 13 Uhr sind die beiden im Dienst Im Bezirk gab es die gewöhnlichen Vorfälle Ein Ladendiebstahl im Konsumgroßmarkt Ein aufgeregter Kontroller Der städtischen Verkehrsbetriebe Mit einem eingeschüchterten türkischen Schwarzfahrer Eine geringfügig am Fuß verletzte Basantin Die von ihrem Schäferhund Fritz Gegen ein vorbeifahrendes Moped gezogen wurde Im Augarten randalieren ein paar Jugendliche Das heißt, sie spielten Gitarre ohne Genehmigung Und erschreckten damit einerseits einen Hundebesitzer Der augenblicklich die Polizei antelefonierte Andererseits mehrere Eichkätzchen Die nicht telefonierten Dann kam die Unfallmeldung über Funk Die Streifenwagen Jakob 1 und Wilhelm Befanden sich bereits am Unfallort Als Schwandel und Kolminger eintrafen Ein Auto der Marke Opel DIP Ascona War zuerst Nach übereinstimmenden Augenzeugenberichten Gegen ein Verkehrsschild Dempo 50 Danach gegen den entgegenkommenden Lastwagen Einer Möbelfirma geprägt Der Wagen wurde gestaucht Zurückgeschleudert Landete auf dem Dach Und fing rasch Feuer Der winzige Feuerlöscher Mit dem der nur leicht verletzte Lastwagenfahrer ankam Erwies sich als funktionsundüchtig Der Motor des Opels explodierte Das Feuer konnte von anderen Autofahrern Mit schweren Decken schnell gelöscht werden Weil der Tank des Opels offensichtlich leer war Der Fahrer musste von der Feuerwehr Mit Schneidbrennern auf dem Wrack geschnitten werden Der Rettungsarzt stellte fest Dass der Mann höchstwahrscheinlich Schon vor dem Ausbrechen des Feuers tot war Quetschungen im Brustbereich Schädelzerdrümmerungen In der zum Teil verbrannten Jacke des Toten Auf dem Rücksitz wurde ein Führerschein gefunden Ausgestellt auf den Namen Herbert Kalbeck Außerdem ein ansonsten leeres Fahrtenbuch Das den gleichen Namen Und eine Adresse im 20. Bezirk enthielt Der Rettungswagen nahm schließlich Den durch die Explosion Doch schwerer verletzten Lastwagenfahrer mit Hellwackstraße 4 bis 8 Ist ein etwa 20 Jahre alter Wohnblock Mit Genossenschaftswohnungen Kölminger ist als erster aus dem Auto gestiegen Er will schon über das verdreckte Trottoir zum Haus Stiege 2 liest er von seinem mitgebrachten Zettel ab Zusperren, sagt Schwandel Mit einem beiläufigen Blick zur rechten Wagentür Er ist unbestritten der Anführer Kölminger macht die paar Schritte zurück Und versperrt den Polizeiwagen Letzte Woche ist die dritte schriftliche Erinnerung In Form einer Ermahnung eingetroffen Die Dienstfahrzeuge unter allen Umständen abzuschließen Auch bei nur kurzfristiger Entfernung von den Fahrzeugen Im vergangenen Jahr sind 8 Funkstreifenwagen gestohlen worden Einer ist bei einem Banküberfall verwendet worden Zwei sind überhaupt nicht mehr aufgetaucht Tür 3, sagt Kölminger Als sie bei der richtigen Stiege ankommen Links neben dem Hauseingang ist ein unübersichtliches Namens- und Türnummernverzeichnis mit Klingelknöpfen angebracht Schwandel läutet an Ja, meldet sich eine krechzende Vermutlich weibliche Stimme über die Gegensprechanlage Schwandel beugt sich zum eingebauten Mikrofon Polizei, sagt er Und unterstreicht jede Silbe mit ausgebreiteten Papstarmen Entschuldigen Sie Können Sie uns aufmachen? Die weibliche Stimme ist nicht mehr zu hören Nur ein kurzer Summton Kölminger drückt die Eingangstür auf Die Wohnung Nummer 3 liegt im Hochparterre Eine dünne Frau, 35 vielleicht Mit extrem kurz geschnittenen schwarzen Haaren Steht auf der geflochtenen Türmatte vor der Wohnungstür Sie steckt in einem grasgrünen Kostüm Lustige Augen hat sie, stellt Schwandel resigniert fest Er hat keine Übung im Überbringen von Todesmeldungen Frau Kalbeck, fragt er Den Namen liest er schon wieder von seinem Schwindelzettel ab Ja, sagt die Frau auf der Türmatte Ihre Stimme klingt hier im Stiegenhaus Keineswegs gerecht sind Sie werden sich ja ausweisen können Schwandel bestaunt zuerst seine Uniform Dann die seines ständigen Begleiters Vor einer Uniform liege ich nicht gleich auf dem Bauch Erklärt Frau Kalbeck und lacht Wir sind wirklich von der Polizei, sagt Schwandel Er hält ihr seinen Dienstausweis mit dem Republikadler hin Und noch einmal beteuert er Entschuldigen Sie Dürfen wir jetzt hineinkommen? Fragt Kölminger Nein, knurrt Frau Kalbeck Und bewegt sich nicht von der Fußmatte Über ihre Stirn zieht sich eine einzige, aber standhafte Falte Schwandel prallt zurück Als ob er gegen eine Mauer gelaufen wäre Er überlegt Falsch, er will überlegen Kölminger unternimmt einen weiteren Versuch Es ist eine ernste Angelegenheit, Frau Kalbeck Vor mir aus, sagt sie gelassen Schiebt die Wohnungstür auf Und lässt die beiden Polizisten in das verfließte Vorzimmer Ein paar bunte Plastikkleiderhaken Sind in die schlampig tapezierte Wand geschraubt Eine geschlossene Glastür führt in die Küche Eine angelehnte Kiefertür ins Wohnzimmer Aus dem lautes Husten zu vernehmen ist Haben Sie Besuch? Wir schwandeln gleich wissen Ja, ein Bekannter Was ist los, Elfi? Ist eine Stimme von drinnen zu hören Gleich darauf wieder das Husten Polizei ist da, schreit Frau Kalbeck Wie viel? Zwei Stück Der Bekannte taucht jetzt in der Wohnzimmertür auf Offenbar ein guter Bekannter In langer Unterhose Offenem Hemd Ohne Schuhe Unrasiert Natürlich stellt er fest Wer kommt sonst schon zu zweit? Er macht die Tür von innen zu Um sich seinem nächsten Hustenanfall zu widmen Laurel und Hadi Dürfen ohne seine Zeugenschaft agieren Entschuldigen Sie, sagt Schwandl Zur bereits geschlossenen Tür Frau Kalbeck glaubt Das Husten des Mannes im Wohnzimmer Kommentieren zu müssen Er raucht filterlose Zigaretten Meldet sie Schwandl schickt dem mittlerweile Schwitzenden Kölminger Zwei hilflose Blicke Wer soll es der Frau sagen Und wie? Es ist wegen ihres Mannes Sagt Schwandl endlich Kann ich mir nicht vorstellen Antwortet Frau Kalbeck Verwundert Wieso? Ihr Mann ist tot Erklärt Schwandl Na und? Meint Frau Kalbeck ohne Aufregung Das ist mir doch bekannt Wer hat sie verständigt? Das Spital ist selbstverständlich Sagt sie Und mustert die Beamten misstreuisch Per Telegram So schnell geht das? Ja Er ist jetzt über ein Jahr tot Schwandl kennt sich nicht mehr aus Und hebt hilflos die Arme Der Situation ist er nicht gewachsen Er schaut Kölminger an Er wünscht sich direkt Dass Kölminger jetzt die Initiative übernimmt Obwohl er sonst keine Zweifel aufkommen lässt Wer bei Irene 1 Der Du Chef ist Kurz nach zwei ist ein Unfall passiert Verkündet Kölminger Ein Mann ist tot In seinen Taschen haben wir einen Ausweis ihres Mannes gefunden Heißt ihr Mann nicht Herbert mit Vornamen? Doch Frau Kalbeck nickt Ihr scheint etwas einzufallen Vor ein paar Monaten war einer da Von einer Versicherung Zumindest hat er gesagt Dass er von einer Versicherung ist Der hat mir erzählt Dass der Herbert eine Lebensversicherung abgeschlossen hatte Um die Versicherungssumme beanspruchen zu können Würde er ein Dokument Oder einen Bildausweis brauchen Sie haben ihm den Führerschein ausgehändigt Warum nicht? Und? Der Mann hat sich nicht mehr anschauen lassen Von welcher Versicherung will er gewesen sein? Die Frage stellt schon wieder Schwandel Der Kölminger nicht mehr zu Wort kommen lässt Keine Ahnung Hat er einen Namen gesagt? Ja Kölminger zückt den Kugelschreiber Den habe ich vergessen In welchem Spital ist der Mann gestorben? Im allgemeinen Krankenhaus Woran ist er gestorben? Ist das wichtig? Wahrscheinlich nicht Er ist auf jeden Fall tot Garantiert? Bevor sich Schwandel noch einmal entschuldigen kann Verabschiedet sich Kölminger Saludierend und befördert Seinen älteren Kollegen auf den Gang Frau Kalbeck legt die Kette vor Und geht ins Wohnzimmer Den fragenden Blick des Mannes Beantwortet sie Indem sie sich Mit dem rechten Zeigenfinger Gegen die Stirn tippt Schwandel hat seine Dalkdrüsen Völlig vergessen Und quietscht im Auto auf Als er sich Auf den Fahrersitz zwängt Kölminger gibt den Vorfall An die Funkzentrale durch Erst dann startet Schwandel Den Wagen Er lenkt ihn zur Donau Auf den Handelskei Am Umfallort vorbei Das Wrack wird eben Mit einem Autokran Auf einen Lastwagen gehoben Ein paar windfeste Basanten Beobachten Und diskutieren noch Was machen wir jetzt? Sagt Kölminger Nichts Antwortet Schwandel Die Geschichte ist erledigt Für uns zumindest Komische Geschichte Sagt Kölminger Er gibt Schwandel zu Sollen wir herauskriegen Wer sich da ins nächste Leben Pilotiert hat? In einer halben Stunde Ist Dienstschluss Als Schwandel anfängt Zu überlegen Ob er beim nächsten Würstelstand Für einen gepfefferten Hotdog anhalten soll Werden ihr Rede 1 Und einige andere Funkstreifen Zum Schlachthof St. Marks beordert Eine Kuh hat sich Selbstständig gemacht Und ist bereits Auf dem Gürtel In Richtung Südbahnhof Unterwegs Kölminger grinst Gib Gas Cowboy Sagt er Der Unfall Und der Besuch Bei Frau Kalbeck In der Hellwagstraße Sind bereits vergessen Schwandel und Kölminger Können nicht wissen Dass sie morgen Ein unterschriebenes Gedächtnisprotokoll Des Gesprächs Mit Frau Kalbeck Im Morddezernat Abgeben müssen Kapitel 1 Ich will nicht nur Angst haben Vor dem Verrücktwerden Ich will verrückt werden Thomas Bernhardt Seit 3 Jahren ist Cotton 41 Nachweislich Major Und damit Der Ranghöchste Aktive Beamte Im Morddezernat Offizieller Dezernatsleiter Ist allerdings Paul Schremser Und Präsident Bilch Der als Vorgänger Schremsers An Ermittlungen Im Außendienst Selten teilgenommen hat Mischt sich mit Feuereifer Bei jeder Gelegenheit ein Mit stets leichter Aufregung Und Ungeduld Überwacht er Cotton's Vorgangsweisen Und mangelhafte Protokolle Am grauen Schild Neben der Tür Zu Cotton's Büro Steht A Cotton A Bedeutet immer noch Adolf Cotton fährt allein Im ächzenden Dienstwagen Gehnt Atmet mehrmals tief Und geräuschvoll Ein und aus Im Rückspiegel Entdeckte Auf der linken Wange Einen Bluttropfen Eine Erinnerung An die eben Absolvierte Akupunktursitzung Die seiner Immer noch Kaum beweglichen Linken Gesichtshälfte Nützen soll Müdigkeit Ist die einzige Sichere Reaktion Auf die jedes Mal Mehr Wertenden Nadeln Der Nerv Der für die Gesichtslähmung Verantwortlich ist Zeigt sich praktisch Unbeeindruckt Heute keine Aufregungen mehr Hat die Akupunkteurin Wie immer Befohlen Die schiefe Uhr Im Armaturenbrett Dickt lauter Als Cotton's Herz Das einzige Extra Eine Armbanduhr Trägt der Major Seit Jahren nicht Er ist fest Davon überzeugt Ohne Uhr Weitaus Pünktlicher zu sein Auf dem Handelskäe Trifft Cotton Auf eine Polizeiabsperrung Und flackernde Lichtspiele In blau Wir haben da vorn Einen Knaller Mit drei Toten Berichtet Ein Polizist Die Straße Ist gesperrt Fahren sie Da hinunter Als sich der Polizist näher Zum halb Geöffneten Seitenfenster Beugt Erkennt er Den Major Jetzt Salutiert er Und sagt Meine Verehrung Cotton Cotton ist letzte Woche zum zweiten Mal in 15 Jahren in Aktenzeichen XY Aufgetreten In der österreichischen Spätabendsendung In der neben den ersten Reaktionen Immer noch Unermüdlich Eifrige Polizeibeamte Oder mutige Bankangestellte Präsentiert werden Als Männer des Monats Frauen sind selten Dabei Auch unter den Mutigen Bankangestellten Der TV-Moderator Hat Cotton Als beispielhaften Mörderfänger Vorgestellt Die Einheitszeitung Brachte sogar Eine Verjährte Fotografie Von Cotton Bei der Verhaftung Eines 76-jährigen Eifersuchtsmörders Mit der Blöden Zeile Fast Ein McRae Wollen sie Doch durch Fragt der Polizist Und zeigt Zur 50 Meter Entfernten Unfallstelle Danke Ich halte mich An die Umleitung Es ist nur Ein Toter Gibt der Polizist Leise zu Und zuckt Bedauernd Die Achseln Cotton Pickt ab Er kann Nicht wissen Dass er Bein Können 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 Oder Müssen Er schlägt Mit der Rechten Hand Auf das Lenkrad Die Kantinen Mahlzeiten Hat er ein paar Tage lieber Ausgelassen Um den Gebolterten Witzen Der Kollege Zu entgehen Auch in der Außerpolizeilichen Öffentlichkeit Ist Cotton Als der Polizist Mit dem Halben Gesicht Im Gespräch gewesen Alfred Schramme 50 Dritter und kleiner Mann Im Morddezernat Hat die Komplizierte Textverarbeitung Des Polizeicomputers Endlich Im Griff Was Liegt näher Als das Können Mit einem Brief Auszuprobieren Briefe Verfasst Schramme Nur Um Auf Bekanntschaftsanzeigen Zu Reagieren Heute Hat ihn Ein Einsames Und Ausführliches Inserat Einer 41 Jährigen Zum Pfeifen Und Schwärmen Gebracht Als Schremser Lautlos Hinter ihm Auftaucht Flüchtet Schrammel Aus dem Keimenden Text Landet Aber Ausgerechnet Bei Barad Trooper Der An Sich Geliebten Hubschrauber Und Fallschirmspringer Jagt Der Dezernatsleiter Kommentiert Seine Doppelte Beobachtung Nur Mit Einem Schmalen Blick Und Lässt Zwei Rauchschwaden Seiner Menthol Zigaretten Zurück Schrammel Beginnt Den Brief Von Forme Liebe Unbekannte Ihre Werteanzeige Hat Mich Leitenden Staatsangestellten 49 Strich 177 Strich 74 Beistrich Erfahren Und Anpassungsfähig Beistrich Sehr Beeindruckt Punkt Ich möchte Sie unbedingt kennenlernen Punkt Rufen Sie mich bitte nach 18 Uhr unter der Wiener Telefonnummer 43 22 818 an Punkt Punkt Oder schreiben Sie mir kurz mit handschriftlichen Lebenslauf an Doppelpunkt Alfred Schrammel Beistrich Albertgasse 17 Beistrich 1080 Wien Punkt Ich freue mich ehrlich auf Ihre erfreuliche Nachricht Punkt Mit hoffnungsvollen Grüßen Heimarbeiten vorbehalten war Der erste Satz lautet in der dritten vorläufig letzten Version Das Telefon auf dem Schreibtisch von Inspektor Freddy Fogg läutet wütend Im Büro öffnet Cotton das Fenster Der erste wärmere Tag des Jahres Trotzdem wird bis zum Monatsende vorschriftsmäßig weitergeheizt Die Einrichtung des Zimmers ist einfach Zwei große Schreibtische in der Mitte Drei Kästen, ein Kleiderständer Eine Waschmuschel, ein Spiegel mit Sprung Ein kleiner, undefinierbarer Blumenstock auf dem Fensterbrett Der Wandplan in verblichenen Farben von Wien Das kolorierte Bild des Bundespräsidenten Dessen Blick Cotton in jeden Winkel des Büros verfolgt Auf dem Schreibtisch, bei dem Cotton gewöhnlich sitzt Steht noch die Kaffeeschale von gestern Cotton legt die Hand auf seinen Bauch Der im letzten Jahr zugenommen hat Bei einer Größe von 1,77 Wiegt er immerhin 86 Kilo Der Schreibtisch des Dezernatsleiters ist 10 cm breiter Und 5 cm höher als der Tisch des Majors Schrammel hat seinen kleinen Arbeitsplatz im Nebenraum beim Computer Paul Schremser ist 55, fett und Brillenträger Er hat dunkle, volle Haare mit echten Locken Eine breite Nase und versteckt sich gern in Steireranzügen und Hubertusmänteln Vor Jahren hat er bei einem Verkehrsunfall das rechte Bein verloren Er wäre eigentlich längst fällig für die Frühpension oder den ausschließlichen Innendienst Präsident Bild hat, um Cotton zu quälen, Schremser zum Dezernatsleiter aufsteigen lassen Vor seinem Unfall war Schremser im Raubdezernat beschäftigt Seine Gedanken spricht er nur aus, wenn er sich alles genau überlegt hat und sicher ist Trotzdem ist er aber im ganzen Haus für seine zynischen Kommentare bekannt Doch gerade der Zynismus in jede Richtung ist der Ausgangspunkt für Gemeinsamkeit mit Gottern Auf die immer seltener gestellte Frage, wie er sein Bein verloren habe, antwortet Schremser prompt mit Hundeblick Raucherbein Und das zweite rauche ich mir auch noch weg Dafür hat er vor zwei Wochen im Dotto einen durchschnittlichen Zwölfer gemacht Der Gewinn ist zwar noch nicht ausbezahlt Das von der Bank bereitgestellte Geld hat aber für sechs Hubertusmäntel Zwei außerdurliche Casinobesuche und bisher tägliche exklusive Schlemmereien In verschiedenen Fressstempeln gereicht Schrammel hat gar keine zynische Dimension Dafür meistens ein Zuckerl oder einen Kaugummi Er bevorzugt ein paar Zucker im Mund Seine Mischung aus Ehrgeiz und Untalent Haben nur eine bescheidene Parteibuchkarriere zugelassen Die beim Leutnant angekommen ist und dort auch enden wird Schrammel behält nichts für sich Und ist mit Verdächtigungen und möglichen Motiven schnell bei der Hand Er ist Junggeselle Prinzipiell, wie er sagt Zwangsläufig, sagt Schremser Die Verbindungstür zu Schrammelszimmer ist immer geöffnet Die Tür zum Büroraum auf der anderen Seite ist immer geschlossen Dahinter verbringt die Sekretärin, Fräulein Domnanovic, zwischen halb neun und sechzehn Uhr ihre Wochentage Die Doppeltür ist ein angemessener Schutz gegen das Schreibmaschinengeklimper Wie jedes Jahr im Frühling ist wieder die Aufforderung In Befehlsform, als interne Mitteilung eingetroffen Auch bei sommerlichen Temperaturen nicht auf Krawatten im Dienst zu vergessen Heuer ist sie zum ersten Mal von Heribert Bilch gezeichnet Ein paar Kollegen aus Kärnten haben schon im letzten Jahr protestiert So erkennt uns jeder Idiot auf den ersten Blick War ihre einhellige Meinung Cotton wird die Aufforderung wie jedes Jahr Einstecken, mit nach Hause nehmen Und schließlich den Müllschlucker überantworten In der leeren Kaffeeschale auf den eingetrockneten, braunen Rand Klettert eine offenbar unzufriedene Wespe Die letzten Morde in Wien wurden tatsächlich umgehend gelöst Es war auch kein schwieriger Fall dabei Den letzten Polizeiakt hat Schremse am Vormittag mit Cotton abgeschlossen Und an die Staatsanwaltschaft weitergeleitet Eine 45-jährige Prostituierte war in einem Hotel von einem Kunden erwürgt worden Weil sie ihm ihre Beinprothese bei der Abmachung vor dem Hotel verheimlicht hatte Der Täter hatte sich zwei Tage später gestellt Die einzige Aufgabe des Dezernats bestand darin Das Geständnis zu protokollieren und die Angaben im Geständnis zu überprüfen Zu Beginn des Monats wurde ein 23-jähriger Arbeitsloser überführt Der bei einem Apothekeneinbruch den plötzlich auftauchenden Besitzer der Apotheke erschlagen hatte Die Polizei hatte er selber zum Tatort gerufen Keine Leute mit großen Absichten weiß Kottern Ausweglose Lebensläufe und Geschichten Mord als Zufall und ohne Überlegung Kottern wartet nie auf einen Fall Er hofft sich auch keinen Die Morde wiederholen sich Ähnliches Milieu Ähnliche Motive Ähnliche Vorgeschichten Eigentlich eine zu erwartende Aufeinanderfolge von Vorfällen Die einen wütend oder melancholisch machen Einen cleveren, kühlen Verbrecher Bei dessen Verhaftung er sich vorbehaltlos freuen könnte Hellkottern, zumindest was Mord betrifft Nicht einmal mehr in Kriminalromanen für möglich Den Versuch etwas mehr Ordnung auf den Schreibtischen herzustellen bricht der Major schnell wieder ab In einem Nachrichtenmagazin liest er Dass eine amerikanische Flugzeugfirma Schmiergelder in der Höhe von mehreren Millionen Auf ein Konto in Lichtenstein überwiesen hat Nachdem sich die Austrian Airlines Für die Anschaffung mehrerer Flugzeuge Des amerikanischen Herstellers entschieden habe Die Spitzenangestellten der österreichischen Fluggesellschaft Legen, als diese Überweisung aufgedeckt wird Eine Liste vor, die ihre eigenen Namen enthält Die amerikanische Firma bestätigt mit Unterschrift und Stempel Die auf der Liste genannten Herren Haben keine Bestechungsgelder von der Firma erhalten Den letzten Satz muss Kottern zweimal lesen Dann kreischt er los Der Bestecher selber liefert den Reinheitsausweis Die Bosse der österreichischen Fluggesellschaft Legen diese Liste ganz ernsthaft als Beweis vor Niemand in der Einheitszeitung Und den Verwandtenzeitungen regt sich darüber auf Kurz vor 16 Uhr taucht Schremse auf Der Geruch nach Gulasch lässt nur den Schluss Auf einen längeren Besuch in der Polizeimensa zu Schremser überfliegt den Artikel Den ihm Kottern über den Schreibtisch schiebt Verrückt, sagt Schremser Und legt das Magazin weg Schrammel, der seine Geschichte verlassen hat Kommt aus dem ersten Stock Ära Beck vom Suchtgift Ist zum fünften Mal Vater geworden Nach vier Mädchen der erste Bub Das Kind soll nach dem heutigen Tag Im katholischen Kalender heißen Froh Wien Verrückt, sagt jetzt Kottern Schremser reißt eine Schachtel Reno auf Nimmt sein Feuerzeug Von einer Partei, die nicht gewählt worden ist Aus der Jacke Darf ich? Fragt und schaut Kottern an Nein, sagt Kottern Danke Schremser zündet sich die lange Zigarette an Ein lächerliches Frage- und Antwortenspiel Das mehrmals in der Woche stattfindet Immer bläst Schremser den Rauch An Kotterns Kopf vorbei Das schwarze Telefon Sumpt die Glocke Hat schon ein Vorgänger Kotterns entfernen lassen Kottern hebt ab Ja, sagt er ruhig Und zupft an der Stelle Wo früher sein Schnurrbart gewachsen ist Im nächsten Moment springt Kottern auf Schremser beäugt Seiner Major mit Interesse Betrachtet dann bedauernd Seine kaum angerauchte Zigarette Die er unter das kalte Wasser hält Und in den Papierkorb fallen lässt Auf die rechte Krücke gestützt Wartet er das Ende des Telefongesprächs ab Wohin, sagt Schremser In die Leichenhalle, sagt Kottern Ich liebe Charterflüge Schrammel ohne Spur von Verständnis oder Ahnung Folgt mit langen Schritten Die Leichenhalle der Gerichtsmedizin und der Polizei Befindet sich im Keller Wo sie ohnehin jeder vermuten würde Das Wort Halle ist allerdings eine Übertreibung Ein geräumiges, aber niedriges Zimmer Der Arzt, der nah ist, steht mit verschränkten Armen Bei einem der fahrbaren Tische In einer Ecke sitzt noch ein Mann In weißer Hose und Hemd Ein Helfer Der blasse Ananasstücke aus einer Dose isst In einem Dazanheftchen liest Und den drei Polizisten nur zunickt Dr. Surada, verkündet der Arzt Er vertritt Dagmar Schett Die in der Sonne von Bali schmachtet Wir hatten bis jetzt noch nicht das Vergnügen Nein, sagt Kottern Er wundert sich immer wieder Dass es hier unten stickig und warm ist Ist uns als Unfallopfer unbekannter Identität Überwiesen worden, erzählt der Arzt Und zeigt auf eine nicht zugedeckte Deformierte männliche Leiche Autounfall Will Schremser wissen Ja, sagt Dr. Surada Fast unbeteiligt Auf dem Handelskeh, fragt Kottern Ja, sagt Dr. Surada Noch einmal Jetzt macht er ein erstauntes Gesicht Schremser auch Schrammel Erst recht Eigentlich wollten wir uns den Toten Erst morgen vornehmen Wir dachten, es ist nicht eilig Was ist dazwischengekommen? Erkundigt sich Kottern Einer vom Hilfspersonal Hat was beim Verladen entdeckt Sagt Dr. Surada lächelnd Ich Meldet sich der Mann in der Ecke Ohne aus seiner Lektüre hochzuschauen Er streckt Kurtz Er streckt einen Arm in die Höhe Wie ein Schüler, der ausnahmsweise eine Antwort weiß Dann trinkt die Dose leer Die haben ja mittlerweile auch einen Blick für sowas Meint Dr. Surada etwas leiser Darf ich bitten? Der Arzt und die drei Kriminalbeamten nähern sich dem Leichentisch Der Kopf ist zertrümmert Berichtet Dr. Surada atemlos Der Brustkorb mehrfach gequetscht Das sehen Sie ja Brandverletzungen auf dem Gesicht Auf den Armen Und hier Ist der Schusskanal Direkt neben dem linken Ohr Den muss der Rettungsarzt übersehen haben Der Schusskanal führt leicht aufwärts durchs Gehirn Die Kugel ist in der Schädeldecke stecken geblieben Eine Gewehrkugel übrigens Wo ist die jetzt? Fragt Schremser Dr. Surada spaziert zur Doppelwaschmuschel Auf einer weißen Untertasse mit Goldrand Liegt die bereits gereinigte Gewehrkugel Der Arzt hält Schremser den Teller hin Kann man aufgrund der Schussverletzung noch was sagen? Was? Entfernung, sagt Cotton Der neben der Leiche stehen geblieben ist Dr. Surada schüttelt den Kopf Vermutlich ist der Schütze nicht im Auto gesessen Fotos sind gemacht worden Und schon in der Ausarbeitung Bei den Verletzungen und Verbrennungen Wird ihn bestimmt niemand erkennen Glaubt Schremser Etwas schöner können wir ihn noch machen Behauptet Dr. Surada Der Helfer hat sein Heftchen ausgelesen und eingesteckt Er entdeckt Cottons Augen Die Neugierde spiegeln Der Tarzan hat gewonnen, sagt er schnell Wie immer Schremser fährt unerschrocken In Schrammels nur vorläufig stummer Begleitung Mit dem knarrenden Paternoster nach oben Der Dezernatsleiter kann seiner Krückentechnik vertrauen Er hat noch nie Schwierigkeiten beim Ein- und Aussteigen gehabt Kotton geht gleich zum Wagen im Hof Schrammels stürmt im Büro sofort in seinen leichten Mantel und prüft die Dienstwaffe Dann redet er drauf los Als ob er im Keller nicht dabei gewesen wäre Wohin müssen wir genau? Du musst nirgends hin Bremst in Schremser Du besorgst uns die Unfallprotokolle von der Funkstreife Was für ein Unfall? Handelske, früher Nachmittag Ein Toter Schon davon gehört? Geht uns der Unfall was an? Der schon Der enttäuschte Schrammels hilft Schremser in seinen kurzen Hubertus-Mantel Als Schremser schon wieder in der Tür zum Gang ist hebt Schrammels den Telefonhörer ab Wir rufen dich von unterwegs an, sagt Schremser Und dann? Feierabend Bevor Schrammels endgültig zu Willen beginnt legt er den Kaugummi in den Aschenbecher Schremser steigt zu Kottern in den Dienstwagen der noch im aufgemalten, vorgeschriebenen Rechteck im Polizeihof steht Es hat zu Nieseln begonnen Für die Nacht werden sogar Schneeschauer vorhergesagt Kottern springt der Wagen nicht sofort an So ist das Leben, kommentiert Schremser Sellerie, wie die Franzosen sagen Der Major gibt etwas mehr Gas und der Motor kommt nun doch zögernd ins Laufen Kottern lenkt den Wagen vom Polizeigelände Was hältst du von unserer Leiche, fängt Schremser an Ist sie schon unsere Leiche? Vielleicht wird das endlich ein besonderer Fall Auf den wartest du sowieso schon lang Blödsinn knurrt Kottern Vielleicht ist das überhaupt kein Fall Kann ja wer in der Nähe Schießübungen veranstaltet haben Du glaubst, dem einen Unfall Ist bloß ein anderer Unfall vorausgegangen? Gar nichts, glaube ich Wieso hast du schon vom Unfallort gewusst? Ich bin am Nachmittag da vorbeigekommen Kottern saugt kräftig an seinem zuletzt plombierten Stockzahn Der erwartete Geschmack stellt sich schnell ein Die Straßen sind nass und glitschig Auf dem Kopfsteinpflaster beim Gaussplatz Kommt der Wagen ins Rutschen Kottern schimpft Schremser schnallt sich kommentarlos an Nach weiteren fünf Minuten sind sie da Die beiden Beamten bleiben nicht lange im Freien Die Bremsspuren der Zwillingsräder des Lastwagens sind deutlich zu sehen Auf dem Tortoir liegt eine Radkappe des Asconer Die sich mit Regenwasser füllt Zwischen der Straße und der Donau Befinden sich mehrere Bahngeleise Die Kreidemarkierungen der Polizei Sind bereits von der Fahrbahn gespült Schremser und Kottern Beeilen sich zurück in den Wagen Kottern wischt die Tropfen von seinem Übergangsmantel Schremser von seinem Hut Vom PKW sind keine Bremsspuren da Sagt Schremser Der ist nicht mehr zum Bremsen gekommen Lässt sich also auch schwer feststellen Wo ihm die Kugel getroffen hat Die Straße ist gerade Der Wagen kann noch ein schönes Stück gerollt sein Bevor er aus der Richtung gekommen ist Geschossen ist von irgendwo da drüben worden Sagt Schremser und zeigt mit seiner Krücke aus dem Fenster zur Donau Der Schütze kann neben der Straße gelegen sein Oder auch von den Schienen der Uferbahn ausgeschossen haben Da ist nicht viel Betrieb Kottern nickt und starrt in den Regen Schremser greift nach seinen Mentholzigaretten und dem Feuerzeug Heizt ihnen ein Steht auf dem Feuerzeug Willst du die Patronenhülse suchen? Nein, sagt Kotternrasch Er macht schmale Augen dabei Schremser grinst und bestellt zwei Funkstreifen zum Unfallort Die werden das gesamte Gelände bis zur Donau absuchen Dann ruft der Schrammel an Der den Inhalt der Unfallprotokolle mitteilt Und vom vergeblichen Versuch Der Funkstreifen Besatzung Irene 1 berichtet Einer mutmaßlichen Witwe Die Nachricht vom Tod ihres Mannes zu überbringen Kapitel 2 Was für einen Zweck hat es, das Land zu beschreiben Das man durchquert Roger Garoudi Kottern drückt den Klingelknopf neben der zerkratzten Tür Kein Ton ist zu hören Er versucht es ein zweites Mal Dann klopft er an Ins Haus in der Hellwagstraße ist er gekommen Weil es ein Eilbriefträger in Lederuniform gerade verlassen hat Schremser ist nicht mehr dabei Kottern klopft noch einmal Jetzt sind Schritte zu hören Und eine Stimme Wer? Polizei, antwortet Kottern Das Namenschild hinter Glas wird zurückgeklappt Ein Auge kommt zum Vorschein Kottern zieht seine Blechlegitimation Aus der Stecktuchtasche seines Leinenanzugs Frau Kalbeck öffnet die Tür Kottern steht bereits auf der Matte Schnell ist das gegangen Freut sich Frau Kalbeck sichtlich Schließt die Eingangstür hinter Kottern Und schiebt ihn ins Wohnzimmer Indem zwei Korklampen gedämpftes Licht verbreiten Im Fernsehen befreit ein Handpuppenkasperl Eine gekidnappte Prinzessin Der Fernsehton ist nur leise zu hören Frau Kalbeck hatte einen langen Morgen- oder Abendmantel Mit gelben, lila und roten Blüten an Die Tapete weist ähnliche Blumen auf Neben der Zentralheizung hängen auf einem x-beinigen Wäschetrockner Pullover, Handtücher, eine karierte Schürze und Strümpfe Sie haben mit meinem Besuch gerechnet, fragt Kottern Der schon auf ein unbequemes Fodeu im skandinavischen Naturholzstil gedrückt wird Die graue Sitzfläche ist so hoch, dass Kottern mit den Füßen den violetten Teppichboden nicht erreichen kann Sicher, ich hab sie nicht zum Spaß angerufen Hören sie sich das selber an Sie zeigt mit der rechten Hand zum Plafond Während sie mit der anderen Hand den Fernsehapparat ausschaltet Und die Beleuchtung heller macht Aus der Wohnung im ersten Stock sind Schrei einer Frau zu hören Grässlich, nicht wahr? Ja, gibt Kottern zu Seit zwei Stunden geht das schon so Berichtet sie eifrig Eine Jugoslawin Die kriegt ein Kind Wahrscheinlich will sie es da oben kriegen und nicht ins Spital gehen Ich kann das Geschrei wirklich nicht brauchen Widerlich, nicht wahr? Ja, sagt Kottern Aber es handelt sich leider um ein Missverständnis, Frau Kalbeck Was soll das heißen? Sie sind nicht von der Polizei? Was ist das für ein Ausweis, den Sie mir gezeigt haben? Sie schlägt mit der flachen Hand auf ein niedriges Kästchen Eine Trachtenpuppe fällt nach vorn auf die Nase Im Inneren des Kästchens beginnen Gläser und Flaschen zu klieren Doch, beschwichtigt Kottern Ich bin Polizist Es ist wegen ihres Mannes Nicht schon wieder Der Mann, bei dem der Führerschein ihres Mannes gefunden wurde Ist möglicherweise ermordet worden Zufall, meint sie Erschossen Da ist bestimmt nicht der Falsche erwischt worden Sagt Frau Kalbeck kühl Der hat mich hereingelegt Sie hatten noch keinen Schaden Hunderttausend Schilling hat er mir versprochen Ist das nichts? Sie müssen ein ausgiebiges Gehalt haben Können Sie den Mann beschreiben? Nein, unauffällig Schwarze Milano-Schuhe mit Spitzen hat er angehabt Die heutzutage kein Mensch mehr anziehen will Ungeputzt Und der Anzug war ihm zu eng Haarfarbe, Größe Keine Ahnung, leider Besondere Kennzeichen? Keine, an die ich mich erinnern könnte Aus der Wohnung im ersten Stock Sind wieder die Schreie der Jugoslawien zu hören Frau Kalbeck schaut ungehalten nach oben Hätte mich auch gewundert Wenn jemand wegen des Anrufs gekommen wäre Jeder Schwachkopf, der auf Staatsbesuch ist Wird hundertfach bewacht Normale Leute zählen ja einen Dreck Hierher verirrt sich keiner Bestimmt kümmert sich wer drum Sagt Kottern Was war Ihr Mann vom Beruf? Er war in einem Rechtsanwaltsbüro beschäftigt Mädchen für alles Woran ist er gestorben? Das haben Ihre Kollegen ohnehin schon gefragt Sie haben keine Antwort gegeben Er ist erschossen worden Erschossen? Halten Sie nichts von Zufällen, Herr Inspektor Spottet Sie Ich schon Und für Sie sind Sie auf jeden Fall unumgänglich Warum? Zufälle sind die besten Helfer der Polizei Glauben Sie? Ich bin sicher Ein Jagdunfall war das damals Der Herbert war das erste Mal bei einer Jagd dabei Ist vom Chef eingeladen gewesen Nach drei Tagen ist er im Spital gestorben Embolie oder was weiß ich Noch was, Herr Inspektor? Normalerweise widerspricht Kottern, wenn er mit Inspektor angesprochen wird Hierzulande ist jeder Polizist gleich Inspektor Obwohl es den Titel offiziell nicht gibt Kommissar schon gar nicht Nein, sagt Kottern Ich bin schon weg Er muss zweimal Schwung holen, bis er auf dem Teppich zu stehen kommt Er geht voraus ins Vorzimmer Wie spät ist es genau? Gleich halb acht Warum? Ab 22 Uhr handelt es sich um Ruhestörung, sagt Kottern Mit Blick zur Decke Im Stiegenhaus hat Kottern sofort das Gefühl Als habe er etwas übersehen oder zu fragen vergessen Sein vorläufiges Bild der Frau Unscheinbar, schnippisch, keinesfalls unsympathisch Bei der nächsten Kreuzung nimmt Kottern ein Taxi Um 20 Uhr gibt die Ballettschule, in der Kotterns Enkeldochter Sonja eingetragen ist Im großen Saal des Gewerkschaftshauses eine Aufführung Sonja ist fünf Kottern hat seiner Frau versprochen, pünktlich zu sein Sie ist vor einer Stunde bereits mit dem scheppernden Skoda aufgebrochen Der vielleicht einmal gelb gewesen ist In der linken Innentasche hat Kottern die eigens vorbereitete Krawatte In der rechten das obligate, heute nicht verwendete Notizbuch Er will sich die Krawatte umbinden Es gelingt ihm nicht Können Sie das? Fragt er dem Taxilenker Sowieso, grinst der Fahrer Macht fünf Schilling extra In Ordnung Der Fahrer hält den Wagen am rechten Gehsteigrand an Schiebt seine Kappe aus der Stirn Kottern rutscht im Fond nach vorn Der Krawattenknopf wird ziemlich groß Jeden Tag vor dem Spiegel fleißig üben Empfiehlt der Fahrer Dann ist das kein Problem Über den Handschuhfach ist ein winziger japanischer Fernsehapparat befestigt Im Moment läuft eine Sendung mit Ausschnitten eben angelaufener Kinofilme In einem der vorgestellten Filme ist ein dünnes, vielleicht 15-jähriges Mädchen mit großen Brüsten zu sehen Der Taxifahrer schreit laut und unerwartet auf Haben Sie das gesehen? Brüllt er und schaut mehr auf das Fernsehbild als auf den Straßenverkehr Er ist beeindruckt So ein Dürer Besen und solche Melonen Kottern entdeckt auf dem Beifahrersitz eine angebrochene Packung mit Salzgebäck Im nächsten Filmausschnitt wird das Mädchen in eine Absteige gelockt Und von zwei Männern vergewaltigt Geschieht ja recht, findet der Fahrer Läufiges Luder Das Mädchen wird zu oralen Kontakten gezwungen Genau richtig, bestätigt der Fahrer Bei meiner Frau kenne ich auch nichts anderes Erstens kann sie es auf den Tod nicht leiden Zweitens hält sie dann für ein paar Minuten wenigstens den Schnabel Kottern steigt lieber 300 Meter früher aus Weil der Taxilenker auch noch von einem Autounfall mit einem Diplomaten-Bimbo Der sich aufgeregt hat Weil er Bimbo genannt worden ist Glühend referiert Den Fahrpreis gibt Kottern dem Fahrer abgezählt in die Hand Trottl schreit der durchs hinuntergekurbelte Fenster Und fährt mit quietschenden Reifen ab Kottern muss laufen, weil es nach wie vor regnet Im Gewerkschaftshaus wartet Ilse Kottern Sie ist schon einigermaßen ungeduldig gewesen Obwohl noch ein paar Minuten Zeit ist bis zum Beginn der Vorstellung Sie sieht in der Vorhalle aus, wie alle anwesenden Mütter, Tanten und Großmütter auch Die Augen mit Farben eingekreist, die Haare aufgesteckt In einem zweifärbigen, rauschenden Kleid Sie ärgert sich über Kotterns zerknitterten Anzug und die regennassen Hosenbeine Die Vorstellung zieht sich hin In einer einzigen Szene vor der Pause tritt Sonne auf Mit zwei älteren Mädchen steht sie auf der linken Seite der Bühne im Scheinwerferlicht Als Baum im Wind Sie hat nur die Arme gleichmäßig zu bewegen Auf denen je zwei Blätter aus Karton angebunden sind Ilse Kottern war an der Herstellung der Blätte beteiligt Sonja steckt in einer braunen Strumpfhose und einem rostbraunen Leibchen In der Pause trifft Kottern einen ehemaligen Schulkollegen Der gleich zwei Enkelkinder zu beobachten hat Der Mann heißt Treu Schaut aber wie ein Überläufer in alten Spionagefilmen aus Nach der Pause hat Sonja zweimal dicklich und daher unbeholfen Um einen Tisch zu hopsen Kottern findet es peinlich und duckt sich in seinem Sessel Ilse Kottern will nichts auffallen Die Ballettschule hat ihr und der Tochter Die ebenfalls anwesende Mutter des Majors eingeredet Kottern verlässt im Gedanken die Vorstellung Ihm fällt ein, wer der Witwe Karl Beck den Ausweis abgenommen haben könnte Und jetzt wahrscheinlich tot in der Leichenhalle liegt Er will Schremse anrufen, ihm von seiner Vermutung erzählen Wartet aber geduldig das Ende des Ballettabends ab Den Müttern und Danten und Großmüttern gefällt es vor der Pause Worüber sie in der Pause schwatzen können Und nach der Pause, worüber sie sich noch auf dem Heimweg begeistern Ilse Kottern hantiert im Badezimmer Während Kottern bei Schremse antelefoniert Schremse ist noch wach Im gestreiften Pyjama ist er vor seinem 200 Liter Aquarium gesessen Und hat die Geburt von elf Schwertträgern beobachtet Auch im Büro hat er ein kleines Glas mit Schleierschwänzen Was ist? Der Mann, der sich bei der Karl Beck den Ausweis herausgeredet hat Beeilt sich Kottern Das muss der Haumer Erwin sein Du kannst recht haben, sagt Schremser nur Ich bin mir sicher, behauptet Kottern Erwin Haumer ist ein mehrmals vorbestrafter Trickdieb Und Betrüger, über den Kottern recht genau Bescheid weiß Obwohl Haumer mit seinen Taten und Vorstrafen Nicht in sein Dezenat fällt Haumer gilt als einer der einfallsreichsten auf seinem Gebiet Ein Einzeltäter, der mit immer neuen Methoden Erfolg hat Der hat seine Vorgangsweise bis jetzt nie wiederholt Meint Schremser Den Versicherungstrick vielleicht schon, glaubt Kottern Ist dir gut angekommen? Wenn der Haumer unser Toter sein soll Ich hab ihn am Nachmittag nicht erkannt Ich auch nicht Der Größe nach könnte es schon sein, überlegt Schremser Der am Anfang seiner Laufbahn auch im Betrugsdezernat ausgeholfen hat Wir haben ja Fingerabdrücke im Archiv Die ganz zu vergessen Warum? Der Erschossene hat keine Die Verbrennungen? Ja Verdammt, sagt Schremser Soll ich herausfinden, wo der Haumer wohnt oder gewohnt hat? Sicher Der Opel, mit dem der Erschossene unterwegs war Ist übrigens gestern als gestohlen gemeldet worden Von einem Altwarnhändler Hat der den Diebstahl beobachtet? Ja, das Auto ist direkt vor seinem Laden gestohlen worden Dann soll er morgen ins Büro kommen Ist schon bestellt für neun, erklärt Schremser ruhig Den Haumer Akt lässt du ausheben Sowieso Gute Nacht Schremser antwortet nicht mehr und hängt ein Er setzt sich auf den breiten Sessel vor dem Aquarium Mittlerweile sind es 14 winzige Schwertträger Die auf dem Boden eines Zusatzbehälters liegen Nur hin und wieder plötzlich hochschwimmen Und fast nur aus Augen bestehen Schremser verkauft die Fische Wenn sie größer sind Regelmäßig an die Tierhandlung im gleichen Häuserblock Streng genommen ist das verboten Weil Schremser nicht Mitglied eines Züchtervereins Und zum Züchten von Fischen Nicht berechtigt ist Cotton holt sich eine Dose Bier aus dem Eiskasten Amerikanisches Ingwerbier Das er sich extra schicken hat lassen Er verfügt über eine umfangreiche Bierdosensammlung im Buchregal Mehr leere Bierdosen als Bücher sind da aufgereiht Cotton hat sich, was sogar im Sicherheitsbüro bekannt ist Schon vor Jahren ein Heft angelegt Indem er die verkosteten Biersorten Persönlich bewertet Das Bewertungsschema hat er aus der Einheitszeitung übernommen Die damit Filme klassifiziert Das Ingwerbier wird höchstens zwei Vielleicht nur einen Bewertungsstern bekommen Weiß Cotton nach dem dritten Schluck Er schaltet den gebraucht gekauften Widerrekorder ein Um die aufgezeichneten Nachrichtensendungen vom Tag zu sehen Der Bericht vom Unfall auf dem Handelskeh besteht aus wenigen Sätzen und wird durch ein Schwarz-Weiß-Foto ergänzt Dann folgt eine Übertragung von der Eishockey-Weltmeisterschaft Ein einseitiges Match mit wenigstens vielen Toren Gerhard, der neuerdings auf Astronautenfrisur schwört, kommt aus seinem Zimmer, kostet von dem Ingwerbier und findet es ebenfalls häuslich Er redet davon, dass er sich entschlossen hat, die Studienrichtung zu wechseln Cotton fragt nicht, wohin Gerhard wechseln will Cotton findet die Unentschlossenheit halb so aufregend Er hat selber zehn Jahre auf dem Gymnasium verbracht Beim Spielstand von 6 zu 1 kehrt Gerhard in sein Kabinett zurück Nach dem Match steigt Cotton auf den Balkon Von dem aus man nur den asphaltierten Innenhof und die vollgepackten Autoabstellplätze sieht Er raucht eine Zigarette, was er nur mehr selten tut Eine ziemlich ausgetrocknene kennt Das Rauchen hat er ansonsten längst aufgegeben Der Regen hat aufgehört Es riecht nach Regenwürmern, nicht nach dem im Radio angedrohten Schnee Das erste Mal hat Cotton von Erwin Haumer Notiz genommen Als der auf immer wieder gleiche Weise in zahlreichen Großkaufhäusern Diebstähle verübte Und nur durch einen Zufall erwischt wurde Haumer kaufte jedes Mal ausgiebig und vor allem teure Waren ein Zahlte an der Kasse korrekt Und richtete ein paar auffällige Bemerkungen an die jeweilige Kassiererin Auf dem Parkplatz vor dem Großmarkt räumte er die Einkaufstaschen aus Verlud die bezahlten Artikeln ins Auto Ging wieder ins Kaufhaus Packte die gleichen Waren noch einmal in die Tasche im Einkaufswagen Und nahm sich eine Kleinigkeit extra Mit Vorliebe Rasierpinsel Bei derselben Kasse gab er dann vor Nur diese Kleinigkeit vorhin vergessen zu haben Mit den vollen Taschen kam er leicht durch Weil sich die Kassiererinnen jedes Mal an Haumer Erinnerten und nicht misstrauisch wurden Auch bei Kontrollen vor Verlassen des Kaufhauses Fiel er nicht auf Weil er ja einen Kassenzettel vorweisen konnte Auf dem alle Waren aufschienen Die in der Tasche zu finden waren Er musste nur noch für den weiteren Vertrieb Der zum halben Preis beschafften Waren Sorgen Zu in Polizeikreisen fast sprichwörtlicher Perfektion Brachte es Haumer auch bei wirklich nicht sehr neuen Herausgabetricks Er zahlte Bevorzugt in kleinen Geschäften Mit einer großen Banknote Redete auf den Verkäufer ein Nahm schließlich den Geldschein wieder zu sich Ließ sich die Waren überreichen Und außerdem auf den nur vorgewiesenen Schein herausgeben Der Versicherungstrick Haumers war ebenfalls simpel Er fand die Namen verstorbener Männer Durch Todesanzeigen in den Zeitungen Und die passenden Adressen im amtlichen Telefonbuch Einen Ausweis der Toten erhielt er fast immer ohne Schwierigkeiten Weil die Witwen gerne an eine Lebensversicherung glauben wollten Mit dem Ausweis eröffnet Haumer bei verschiedenen Geldinstituten Gehaltskonten Überwies sich selbst einen einmaligen Betrag Und überzog dann die Konten Im letzten Jahr flog er nur deswegen auf Weil er mit dem Personalausweis eines nach einem Herzinfarkt gestorbenen Sparkassendirektors Ausgerechnet in der vom Verstorbenen vorher geleiteten Filiale Ein Konto beantragte Cotton zertritt die Zigarette Und schiebt den Rest mit einer Schuhspitze vom Balkon Seine Frau schläft schon, als er ins Schlafzimmer kommt Er schaltet ihr Nachtkästchen Licht aus Und tappt zu seinem Platz im Bett Er schlüpft vorsichtig unter die Steppdecke Um Ilse nicht aufzuwecken Sie schrickt trotzdem hoch Reuspert sich Dreht sich von Cotton weg Und atmet bald wieder tief Früher hat er sie öfter aufgeweckt Mitten in der Nacht Oder ist zumindest versucht Sie schläft nach wie vor nackt Eine alte Gewohnheit Cotton liegt auf dem Rücken Mit offenen Augen Eine Hand unter dem Kopf Die zweite auf dem Bauch Soll er froh sein, dass er ungestört überlegen kann? Vielleicht hat sich eine der betrogenen Witwen An Haumer gerecht Mit einem gezielten Gewehrschuss Unwahrscheinlich, findet er selbst Und wie hätte sie Haumer finden sollen? Er nimmt nicht an, dass die Funkstreife Beim Handelskähe Auf die Patronenhülse Oder einen anderen Hinweis gestoßen sind Aus der Nachbarwohnung Ist Klaviermusik zu hören Jemand versucht sich Anetüden Cotton ist nicht sicher Ob ihm die Schreie Der mutmaßlichen Jugoslawien Unangenehmer wären Als das Geklimper Ich zähle bis 100 Nimmt er sich schließlich vor Dann gehe ich hinüber Der Klavierspieler Bricht bei 62 Mitten im Stück ab Morgen will Cotton Erika Ledowski anrufen Die Langzeitbekannte Bei der er sich schon seit Wochen Nicht gerührt hat Dann fällt ihm Renate Murawatz ein Die 27-jährige Prostituierte Mit Nach eigener Definition Altmodischem Programm Sie ist ihm bei Ermittlungen Vor ein paar Monaten Über den Weg geraten Ihr ständig spöttisches Gesicht Fällt ihm ein Und die staubigen Spiegel Die ihr Bett Im Modell Lamm Umgeben Vom nahen Verschubbahnhof Ist der Hallende Zusammenprall Zwei Waggons zu hören Der Druckknopf Der Nachtkästchenbeleuchtung Strahlt Wie ein Leuchtturm Kapitel 3 Vielleicht möchten Sie sich übergeben Mr. Champion Sagt der Beamte in Zivil Um Rat und Hilfe bemüht Marjorie Ellingham Aus dem Autoradio spricht die Fast singende Vorturnerin der Nation 7.35 Uhr Cotton stellt sich vor Wie er selbst auf dem Wohnzimmerteppich Die angesagten Übungen mitmacht Als die Sprecherin von den Zuhörern Und Zuhörern verlangt Ein Bein unter einen Kasten zu legen Dreht Cotton das Radio ab Die Straßen sind wieder trocken Schremser zieht die Augenbrauen hoch Als Cotton Den Büroraum betritt Schremser sitzt an Cotton's Schreibtisch Und blättert im schon eingetroffenen Haumakt In der rechten Hand hält er eine Semmel Mit dicken Knackwurstscheiben Cotton wirft seine Lederjacke Über den Kleiderständer Und nimmt auf dem V-Sessel Platz Schon ein Ergebnis? Nichts Besonderes Sagt Schremser Können wir was daraus machen? Kaum Dann mach es kurz Die Funkstreifen haben auf dem Bahngelände 70 Groschen Ein leeres Benzinfeuerzeug Und zwei Präservative gefunden Weiter verlangt Cotton und seufzt Die Funkstreife Irene Hat ein Protokoll ihres Besuches Bei der Kalbeck abgeliefert Lese ich später Den Beifahrer aus dem Lastwagen Der am Unfall beteiligt war Hab ich selber befragt Hat er einen Schuss gehört? Nein Beschwert hat er sich über den Andauernden Gesang Seines Kollegen am Steuer Und? Mario Lanza ist er angeblich keiner Nicht ein einziger Der Unfallzeugen Hat einen Schuss gehört Wundert mich nicht Meint Cotton geistesabwesend Die Adresse von Haumer Aus dem Akt Ist nicht mehr aktuell War zu erwarten Wie willst du sie finden? Ich schau ins Telefonbuch Oder beim Meldeamt vorbei Ich liebe Dienstreisen Cotton nickt und nimmt Schremser Den etwa 6 cm dicken Akt Aus den Händen Ich bin vorhin bei unserer Leiche Gewesen Berichtet Schremser Keine brauchbaren Fingerabdrücke Hab ich dir gesagt Laut Akt leben die Eltern von Haumer In der Nähe von Wien Ein Identifizierungsversuch Wäre reine Zumutung Es gibt nichts zu erkennen Und kein brauchbares Foto Ich glaube Was? Es ist der Haumer Ich hab den Mikulitsch Von Betrug hinunter geschickt Die hat ihn oft genug vernommen Ganz sicher will sie auch nicht sein Schrammel taucht aus dem Nebenraum In der Verbindungstür auf Ich bin da Sagt er Fütterst du die Fische? Fragt dem Schremser Eine Suggestivfrage Schrammel geht zum Fensterbrett Holt das Bäckchen Mit den getrockneten Wasserflöhen Und begibt sich Zu den Schleierschwänzen Er hat in der Nacht Von einer ausführlichen Antwort Der zärtlichen Lifestyle-Dame Geträumt Schremser bleibt auf dem Sessel Betrachtet Kottern Der das Protokoll der Funkstreife Zu sich zieht Der Dezernatsleiter Hat noch eine Meldung Der Altwarenhändler Sitzt draußen auf dem Gang Es ist erst kurz nach acht Sagt Kottern Der die Uhr Über der Eingangstür fixiert Der hat eben Angst Meint Schremser Dass er auf seinem Gerümpel sitzen bleibt Wenn er nicht im Geschäft ist Soll ich ihn bringen? Bietet Schrammel an Kottern steht auf Und geht zur Tür Wie heißt er? Krammel Sagt Schremser Herr Krammel Schreit Kottern Auf den Gang hinaus Obwohl nur Ein einziger Großgewachsener Etwa 40-jähriger Mann Mit breiten Schultern Auf der Bank Vor der Tür sitzt Dem Kottern Allerdings Keineswegs Den Altwarenhändler Zutrauen würde Wird auf Entrümpelung Spezialisiert sein Erklärt sich Kottern Im leeren Kopf Der Mann kommt ins Zimmer Schreitet an Kottern Vorbei Greift nach Schremsers Fettiger Hand Und nickt Kottern Bloß zu Der die Tür schließt Ist er hoffentlich erlaubt? Sagt er Und befindet sich bereits Auf dem eben Von Major Verlassenen Sessel Er will sogleich In Richtung Schremser Loslegen Ich stelle die Fragen Sagt Kottern Krammel dreht sich Überrascht Ragt es unaufhaltsam Aus Schrammel Ist er kein Nachtclub? Krammel wendet sich Ein Passant Der hilfreich sein wollte Wie? Er hat sich die halbe Autonummer gemerkt Sie würden den Mann Wiedererkennen? Freilicher Inspektor Inspektor Gibt es keinen Berichtigt in Schrammel ernst Krammel versteht nicht Was damit gemeint ist Sie haben den Mann Doch nur kurz gesehen Sagt Kottern Nein Der war eine halbe Stunde Vorher Bei mir im Geschäft Hat sich für Totenmasken Und Musikerbüsten Interessiert Der falsche Hund Den erkenne ich Jederzeit wieder Schrammel schaut Kottern Beinahe erwartungsvoll an Kottern nickt zustimmend Schrammel Der mitgeschrieben hat Steckt seinen Kalender ein Nimmt den Haumer Akt Vom Schreibtisch Und verlässt eilig Das Zimmer Habe ich was Falsches gesagt? Will Krammel wissen? Nein Beruhigt ihn Kottern Was hat er vor? Moment Sagt Schremser schmatzend Kottern holt sich Im zweiten Büroraum Einen Becher Kaffee Er rührt schweigend Zwei Würfelzuckerstücke In den koffeinfreien Filterkaffee Ein dünnes Schrammelprodukt Das in einer Dermusflasche Bei Temperatur Gehalten wird Kriege ich auch einen? Fragt Krammel Jetzt nicht Bestimmt Kottern Nach vier Minuten Ist Schrammel Mit circa 20 Fotografien zurück Die er Krammel Im Baguette In die Hand drückt Schrammel Schrammel keucht Wie ein österreichischer Marathonläufer Soll ich schauen Ob der Dieb dabei ist? Mitdenken ist schön Lobt Schremser Er ist aufgestanden Schaut dem Altwarenhändler Über die linke Schulter Und stützt sich Auf eine Krücke Beim sechsten Foto Ist Krammel völlig sicher Ich lasse mich In den Hals stechen Wenn er das nicht ist Er hält das Polizeifoto Aus Erwin Haumers Akte hoch Danke Sagt Kottern Bekomme ich jetzt den Kaffee? Selbstverständlich Sagt Kottern Und überreicht Krammel Fünf Schilling Der Automat Ist beim Stiegenabgang Der Haumer Hat immer nur Mit Leihwagen gearbeitet Gibt Schremser Zu bedenken Nachdem Krammel Die Tür von außen Zugedrückt hat Wenn es ihm So einfach gemacht Worden ist Glaubt Kottern Hat er sich eben Eine Ausnahme erlaubt Er schaut sich Das Bild Haumers Genauer an Zu enger Anzug Stellt er fest Wie die Kalbeck Gesagt hat Schrammel hat Inzwischen Von Kottern Schreibtisch Das Blatt Mit der Adresse Der Frau Kalbeck Und deren Telefonnummer Genommen Er bekommt Einen roten Kopf Und lächelt Kottern Verlegen an Was ist los? Hausfrau im besten Alter Charmant Diskret Und lieb Rezitiert Schrammel Du kennst die Kalbeck? Fragt Kottern Misstrauisch Ich kenn ihre Telefonnummer Erklärt Schrammel Eifrig Steht jeden Tag In der Zeitung Wieso? Bei den Hostessen Du spinnst Ja, brüllt Kottern Soll ich eine Zeitung Holen? Bittet Schremser an Nein, sagt Kottern Schon wieder leise Das gibt's doch nicht Die schaut nicht so aus Überhaupt nicht Die gnädige Frau Geht auf den Strich Höhen Schremser Und du merkst nichts Was ist mit deiner Dringenden Dienstreise? Erinnert den Kottern Ich geh schon Schremser verlässt Wirklich Immer noch amüsiert Das Büro Wieso weißt du Über die Nummern Aus der Zeitung So genau Bescheid Will Kottern Von Schrammel wissen Nur so Ja, ja Sagt Kottern Im gleichen Spöttischen Tonfall Wie eben noch Schremser Informiert sein Ist alles Jetzt weiß er auch Was er gestern In der Wohnung Der Frau Kahlberg Übersehen hat Die Strümpfe Auf dem Wäschetrockner Wer trägt heute Noch Strümpfe? Kapitel 4 Jeder ist hin und wieder Einmal deprimiert Das ist ganz Das ist ganz Natürlich W.A. Burnett Kottern steht Zum zweiten Mal Vor der gläsernen Haustür In der Hellbergstraße Auf die Glasnost in Wien Mit vier Fragezeichen Gesprayt ist Der Major Der Major dippt Mit dem Daumen Nach vor Zur Wohnungstür Der Frau Kahlbeck Die Tür ist offen Frau Kahlbeck Sitzt mit übereinander Geschlagenen Beinen Auf der Couch Im Wohnzimmer Im anscheinend Unvermeidlichen Morgen Beziehungsweise Abendmantel Was ist jetzt wieder? Stehen sie gern? Sie sind registriert Sagt Kottern schnell Mustert den Wandverband Und bleibt stehen Sie reagiert kaum Auf sein offensichtliches Wissen Ist mein Mann Deswegen nicht tot? Ich hab gestern Nichts bemerkt Ich weiß schon Sagt sie Und kichert Hinten aus Ich schau nicht So aus Sie hätten es mir Sagen können Sie hätten mich Fragen können Was ändert das Jetzt in ihren Geistreichen Ermittlungen? Nichts Voraussichtlich Wie lang Machen sie das? Fast ein Jahr Wichtig Vorher nicht? Nein Der Herbert hat Anständig verdient Bekommen sie Keine Rente? Doch Was glauben sie Was die Wohnung kostet? Die Rückzahlungen Und die Betriebskosten? Sie hätten eine Arbeit Annehmen können Einer Friseurin Rennt keiner nach Wer zwingt sie dazu? Niemand zwingt mich Nichts Ich mach das nur Für mich Glaube ich nicht Glauben sie es Eben nicht Spritzen sie was? Erfasst nach ihrem Rechten Arm Nein Sind sie blöd? Cotton lässt ihren Arm los Mustert wieder Den Wandverbau Weil er nicht Weiter weiß Ich passe schlecht In ihr Programm Oder? Es ist gar nicht So schwer Noch dazu Wo die meisten Typen Die hier Aufmarschieren Enttäuscht sind von mir Und? Das gefällt mir Die fangen zu handeln an Ich lasse sie nicht Mit mir handeln Haben sie keine Angst? Luxus Wozu? Sie sind Amateur Irrtum Ich bin fast perfekt Ja Eine neue Sprache Hab ich obendrein gelernt So? Ja Schatzi Sagt sie Sofort hat sie Einen ganz anderen Ausdruck im Gesicht Lassen sie das Elfriede Lässt sich nicht bremsen Da legst du das Geld hin Wirst du ja wissen Wie viel Was ist? Steh nicht zu verloren Herum Schatzi Hast kein Interesse An griechischen Wochen? Hören sie auf Sagt Cotton Er geht weiter Zur nächsten Tür Die über einen Engen Verbindungsgang Ins Schlafzimmer führt Geh nur voraus Schatzi Ich komm gleich nach Cotton schaut sich Mit neugierigen Augen Die Schrammel gehören könnten Im Schlafzimmer um Die langen Vorhänge Sind zugezogen Ein gewöhnliches Doppelbett Steht mitten im Zimmer Normal sagt er Und zuckt mit den Schultern Nicht ganz Sagt sie Und zeigt mit dem Rechten Mittelfinger Nach oben Auf dem Plafond Über dem Bett Ist ein Spiegel Als Detektiv Sind sie schwach Cotton schleicht Ins Wohnzimmer zurück Unter der Lampe Ziedert die Fotografie Haumers aus seiner Jacke Ist das Ihr Versicherungsmensch Sowieso Bestimmt Hören sie schlecht Cotton steckt Das Bild wieder ein Über die Tapete Wandert sein Blick Zum Plafond Was ist mit der Jugoslawin Haben sie sich Ein zweites Mal Beim Kommissariat Beschwert Ich war bei ihr oben Sagt sie leise Gestern noch Alles erledigt Ein Pupp Oder ein Mädchen Verstehe ich nicht Was ist es geworden Die kriegt gar kein Kind Die hat nur so Schmerzen Gehabt und sich nicht In ein Spital getraut Unterversichert Oder gar nicht versichert Und Ich hab die Rettung Spendet sogar Blut Für Geld Damit er sich Mich leisten kann Verstehen sie Mich Sie öffnet die Eingangstür Ein alter Vorwahloster Nach Alkohol Duftender Mann Kommt ins Vorzimmer Ein Froschlächeln Im Gesicht Kannst vorgehen Schatzi Sagt sie in der Sprache Die Cotton schon kennt Sie zeigt in Richtung Schlafzimmer Der Mann braucht keinen Plan Und geht wortlos weiter Er schaut unter dem Blick Des Majors durch Und so einer muss sein Wohnt sich Cotton Schon im zugigen Stiegenhaus Der Strich Ist kein Wunschkonzert Sagt sie Die Company Bar Befindet sich im 8. Bezirk Ein ehemaliges Kaffeehaus Es ist wenige Minuten nach 10 Als Schremser Den großen Gastraum betritt Und den Messinggriff der Tür In der Größe einer Bowlingkugel Loslässt Die Tür schließt von selbst Und völlig geräuschlos Der Betrieb im Company Beginnt erst um 11 Dauert dann aber bis 4 Uhr früh an An der langen Theke Fast Cinemascope Western Format Fällt Schremser Unwillkürlich ein Steht Josef Weilhardner Er erkennt den Kriminalbeamten sofort Außer Weilhardner Dem Bärchen Und Geschäftsführer Der Bar Ist die Putzfrau Eine Jugoslawin Mit einem E-Mail-Kübel Im Lokal Unterwegs An einem Tisch Neben der Garderobe Sitzen zwei junge Frauen Die größere der beiden Eine schwarzhaarige Mit Rossschwanz Kurzem Rock Und weißen Strümpfen Erzählt Ziemlich Enthusiastisch Von einem Rudel Betrunkener Tiroler Die gestern Ausgenommen worden sind Die andere Eine ungekämpfte Blonde Schlägt mit ihrem Bleistift absetzenden Dakt Des Musikautomaten mit Indem sich Rick Astley Ausweint Die Blonde Hat den gestrigen Tag Ausgelassen Und ärgert sich Über die entgangene Chance Schremser Beachtet sie nicht Über den Tischen Ist ein weitmaschiges Netz gespannt Auf dem Am Abend Eine Indonesierin Mehrmals Über den Köpfen Der Gäste Ihre Vorstellung gibt Der Musikautomat Ist fast ein Wegweiser Von ihm Führt ein schmaler Gang Zu den rot Gepolsterten Separees Die in der Nacht Noch mit einer Zusätzlichen Dosis Rot beleuchtet werden Musikvitaben Finden Fragt Weilhardner Und lässt den Griff Der Espressomaschine Nicht aus Ja Sagt Schremser Schon ganz nah Wie oft noch Sind wir schon quitt Wer darf es heute sein Resigniert Weilhardner Er weiß Dass Herr Schremser Längst nicht mehr Verpflichtet ist Er weiß aber auch Dass eine Bemerkung Schremsers Ausreichen würde Um eine eingehende Prüfung der Bar Zu veranlassen Und an der fixen Meinung Dass jeder Polizist Ein Arschloch ist Wird Weilhardner Niemals rütteln Ein gemeinsamer Bekannter Sagt Schremser schnell Der Haumer Interessiert Sie So ein kleiner Fisch Ja Was ist mit dem Ich will mit ihm reden Eine ihrer aggressiven Schremser zu Ein Totenschein Soweit ich informiert bin Er hat Er hat Weilhardner hängt in einem ständig knisterten Korbsessel und wählt tatsächlich eine Telefonnummer. Die Blonde hat inzwischen mit dem rechten Fuß ihren Schuh verlassen und versucht, die Zehen zu spreizen. Schremser steht längst wieder an der Theke und gehend, als Weilhardner aus dem Zimmer zurückkehrt. Nichts? Doch, nickt Weilhardner, ich hab die Adresse. Her damit, sagt Schremser, legt Block und Kugelschreiber auf die Theke und bläst seine Finger an wie ein Tennisspieler vor dem ersten Aufschlag. Springergasse 12, zweite Stiege. Im Hinterhaus? Ja, die Wohnung ist im ersten Stock. An der Wohnungstür steht Melzer. Warum? Glauben Sie, der ist so verrückt und schreibt seinen eigenen Namen groß an die Tür? Warum nicht? Als kleiner Fisch? Er klappt den Block zu und zeigt auf die volle Kaffeeschale auf der Theke. Der wird kalt. Sehr aufmerksam. War es leicht? Was? Die Adresse herauszubekommen. Ja. Was ist mit zusätzlichen Dank? In Ordnung. Schremser greift nach seiner zweiten angelehnten Krücke. Ich schicke Ihnen meinen Neffen vorbei. Dass der Neffe erst zwölf ist, erwähnt er nicht. Cotton sitzt allein hinter seinem Schreibtisch. Im krassen Gegensatz zur Wettervorhersage ist es ein fast heißer, windstiller Tag geworden. Ein Temperaturunterschied zu gestern von fast 10 Grad. Der Umschwung ist einigen auch prompt ins Gehirn gestiegen. In Währing hat ein Steuerberater nach dem Frühstück seine Mutter aus dem Fenster geworfen. In Ottergring, ein Kellner, seine komplette Wohnzimmereinrichtung. Cotton fühlt sich auch ziemlich müde. Das Gesichtstraining vor dem halbblinden Rasierspiegel lässt er ausfallen. Der Fall entwickelt sich langsam oder gar nicht. Die Identität des Toten ist noch immer nicht als gesichert zu bewerten, obwohl alle bekannten Umstände auf Erwin Haumer schließen lassen. Seit Jahren plädiert das Dezernat vergeblich dafür, von Vorbestraften außer Fingerabdrücken und Fotografien auch ein Blutbild herstellen zu lassen. Der Präsident kontert mit Kostengründen. Die Blutgruppe des Toten vom Handelsgehe ist bekannt. B1 positiv. Diese Erkenntnis hilft aber keinen Schritt weiter. Um 10 hat Cotton eine auffordernde Meldung an die Presseagentur gegeben. Spitäler, in denen Haumer in Behandlung war, sollen sich bei ihm melden. Oder auch ein Zahnarzt, der ordentliche Behandlungskarteien führt. Aufzeichnungen eines Spitals oder eines Zahnarztes könnten endgültig Gewissheit bringen. Der Major lässt außerdem Schrammel alle Anzeigen überprüfen, die in den letzten Wochen bei den Wachstuben des 2. und 20. Bezirks eingegangen sind. Vielleicht sind Beschwerden über Schießübungen in der Nähe des Handelkais aufgetaucht. Cotton glaubt zwar nicht an einen Zufallsschuss, aber er will sicher gehen. Schremser tritt kurz vor 11 ein. Cotton sieht an seinem Blick, dass er die Adresse Haumers aufgetrieben hat. Schremser lässt sich geräuschvoll auf den Sessel fallen, auf dem vor zwei Stunden der Altwarenhändler seinen Diebstahlsbericht zum Besten gegeben hat. Der Dezernatsleiter belohnt sich mit einem Kokosjoghurt, obwohl ihm das Wetter auch zu schaffen macht. Atemnot. Sein faltiger Hals bebt. Was hast du vor? Wir gehen hin, sagt Schremser. Gleich. Ohne Hausdurchsuchungsbefehl hält uns nur auf. Gleich wird aber doch nichts daraus. Polizeipräsident Bilch stürmt ins Zimmer, will ausnahmsweise nichts über den derzeitigen Fall wissen, nur ob Schremser und Cotton schon beim Blutspenden in Patärie gewesen sind. Das Rote Kreuz führt heute seine jährliche Aktion im Haus durch. Wir müssen weg, will sich Cotton herausreden. So viel Zeit wird schon noch sein, Kollege Cotton. So viel Zeit wird sein müssen. Bevor Cotton oder Schremser etwas erwidern können, ist Bilch schon wieder auf dem Gang. Vampir, knurrt Schremser. Auf die Weise werden wenigstens die Blutgruppen der Beamten erfasst, sagt Cotton. Der Präsident überwacht den Weg des Dezernats zur Blutstation. Die Wiener Polizei, so sieht es jedenfalls Bilch, steht im jährlichen Wettstreit, was die gespendete Blutmenge angeht, mit der Gendarmerie. Bei der Popo, deren Ergebnis der Polizei zugeschlagen wird, sabotiert ohnehin sein Bruder, der keine Leute abkommandiert. Bilch glaubt den amüsierten Gedanken, auch den Grund zu kennen. Der durchschnittliche Leberwert bei der Staatspolizei dürfte zumindest dreistellig ausfallen. Die jüngsten Artikel in Magazinen und Zeitungen, in denen die Stapo als Säufer-Truppe hingestellt wurde, haben Heribert Bilchs Herz mehr als erwärmen können. Vor dem Paternoster treffen Cotton und Schremser auf Leutnant Meixner vom Raubdezernat, der anscheinend gerade vom Blutspenden kommt. Er drückt noch den linken Unterarm fest gegen den linken Oberarm. Das Sicherheitsbüro verblutet, befürchtet er. Cotton und Schremser stimmen ihm mit fast gleichzeitigen Kopfbewegungen zu. Heribert Bilch hat sich hinter seinem Schreibtisch einen in der Höhe verstellbaren Drehhocker bewilligt, der stets auf der höchsten Stufe fixiert bleibt. Bilch hat so zwar hin und wieder Schwierigkeiten beim Besteigen des Hockers, dafür ist er beim Sitzen kaum kleiner als im Stehen. Bei der letzten enttäuschenden Größenmessung in der Abschlussklasse ist der Präsident nur auf 1,56 Meter gekommen. Seither ist Bilch mittlerweile fast 56, höchstens kleiner geworden. Seine Begegnungen mit Cotton verlaufen nur selten friedlich. Bilch bereitet das föhnige Wetter genauso Probleme, allerdings nicht hinsichtlich seines körperlichen Zustandes. Wenn er außer jedem einzelnen Mörder, Räuber und Gauner und gelegentlich Cotton jemand als persönlichen Feind betrachtet, so sind das Fliegen. Unverändert Fliegen. Fliegen in jeder Ausführung. Es gibt für Bilch nichts Unerträglicheres als Summen von Stubenfliegen und das provokant dröhnende Brummern von Fleischfliegen. Dieser dicktes Präsidenten, der sich inzwischen als irreparabel erwiesen hat, ist im Sicherheitsbüro allgemein bekannt. Auch ein Uneingeweihter weiß über Bilch sofort Bescheid, wenn er sein Zimmer betritt. 60 Fliegenstreifen hängen in dem Bürosaal vom Plafond. Neben den drei Telefonen stehen sechs Fliegensprays stramm. Die Fliegengitter vor dem Fenster verhindern fast jeden Ausblick. Mit Ungeduld wartet der Präsident auf zwei Insektenfressende Pflanzen, die er bei einem Pflanzenversand in Salzburg angefordert hat. Ein paar warme Tage noch wie heute und der erste größere Angriff der kleinen Stubenfliege, Fania Canicularis, ist unausbleiblich weißbillig. Er greift mit der rechten Hand in seinen Schulterhalfter, um sich zu vergewissern. Da steckt anstatt seiner Dienstwaffe eine Fliegenklatsche, ein filigranes Modell zum Aufklappen. Ist der anonyme Mensch, der den Präsidenten von seinem Posten haben will, beim Präsidenten schon in Vergessenheit geraten? Nein, ganz bestimmt nicht. In der Schreibtischlade liegt schon der nächste Schmähbrief in einem verschlossenen Kuvert. Heribert Bilch kennt ja jetzt die Schriften seines Feindes, fühlt sich aber noch nicht in der Verfassung, die mit Sicherheit schlechte Botschaft zu vernehmen. Kapitel 5 Ich ermorde niemanden in meiner eigenen Wohnung. Das ist der Gipfel der Ungastlichkeit. Jack Ritchie Edwin Lund heißt für die Dauer seines Wien-Aufenthaltes Schrott. Auf diesen Namen lautet auch der deutsche Pass in der Nachtischlade. Walter Schrott, den Pass hat Lund mit zwei anderen Personalausweisen in Saarbrücken erstanden. Erstklassige Dokumente. In Wien ist er bereits vor zehn Tagen eingetroffen. Von Italien aus hat er den am meisten frequentierten Grenzübergang gewählt, die Autobahngrenze am Brenner. Beim Grenzübertritt gab es nicht einmal den Schimmer einer Schwierigkeit, obwohl Lund in einem Leihwagen aus München gekommen war. Sein Reisegepäck besteht aus zwei Koffern und einer Faltreisedasche. Der eine Koffer hat einen doppelten Boden und war wesentlich schwerer als der andere. Nicht einmal den Kofferraum musste Lund für die österreichischen Grenzbeamten öffnen. Bestimmt hätten auch die deutschen Zollbeamten bei einer Routinekontrolle nichts entdeckt. Trotzdem verließ Lund schon vor Kufstein die Autobahn, fuhr über Lohfer und Zell am See nach Salzburg, dann wieder auf die Autobahn und weiter nach Wien. Er hielt sich strikt an die Geschwindigkeitsbeschränkung, um auf keinen Fall die Aufmerksamkeit von Zivilen und Unzivilen Gendarmeriestreifen auf sich zu lenken. Die Gasonniere wurde vor drei Monaten von einem Gewehrsmann gemietet. Die Miete für vier Monate im Voraus bezahlt. Ein anonymes Zimmer mit Küche und Bad in einer neuen Hochhausanlage in Wien-Donnerstadt. Das Zimmer ist schäbig und einfallslos möbliert. Das Telefon ist beige. Das Telefon in beige benutzt Lund höchstens, um die automatische Zeitansage anzurufen. Lund wird demnächst 35, ist 1,84 Meter groß, hat braune Haare und den harmlosen Blick eines Kurzsichtigen. Seinen eigentlichen Namen, er wurde in der Nähe von Kopenhagen geboren, hat er schon seit Jahren nicht mehr verwendet. Er war auch seit Jahren nicht mehr in Dänemark. Außerdem denkt er längst nur mehr Französisch und Deutsch. Vielleicht käme es zu einer Ausnahme, wenn er in eine kritische Situation geraten würde, die er bis jetzt zumindest stets vermeiden hat können. Seit zwei Jahren arbeitet er ausschließlich allein. Die Tatsache, dass er akzentfrei Deutsch sprechen kann, ist allerdings in dieser Stadt direkt ein Manko. Richtig auffällig. Mit dem Auftraggeber in Wien trat Lund nur von großen Postämtern und öffentlichen Fernsprechern in verkehrsreichen Straßen in Verbindung. Der Auftraggeber ist an Lund nur über Umwege herangekommen. Er hat keine Möglichkeit, auch jetzt nicht Lund selbstständig und plötzlich zu erreichen. Für Lund ist der Auftrag, jemand zu ermorden, nichts Neues. Es ist ihm auch lieber, wenn der Auftrag in einer Stadt durchgeführt wird, in der er bis jetzt noch nicht in Erscheinung getreten ist. Wien kannte er nur aus einem Kinofilm, den er im deutschen Fernsehen gesehen hat. Der dritte Mann. Im Kanalnetz wird sich Lund nicht verstecken müssen. Vom Auftraggeber hat er sich die Anzahlung, 65 Prozent, den Namen des Opfers und das Material über das Opfer hinterlegen lassen. Er hat das Material aber nicht persönlich abgeholt. Der Name des Mannes, der getötet werden sollte, lautet Erwin Haumer. Lund interessierte und interessiert auch hier nicht im Geringsten, warum einem Auftraggeber etwas an der Beseitigung einer Person gelegen ist. Er führt seine Arbeit aus. Für die Operation in Wien wurde ein Honorar von 50.000 Dollar vereinbart. Durchschnitt. Ein leichter, gewöhnlicher Auftrag war Lund von Anfang an sicher ein Kinderspiel. Er sollte nicht einmal falsche Spuren zurücklassen, die auf Raub oder eine bestimmte Person als Täter hinweisen könnten. Die notwendigen Beobachtungen führte Lund auf jeden Fall gewissenhaft wie immer durch. Schon in einem österreichischen Mietwagen. Der Plan war bald fertig, unkompliziert und risikolos und wartete nur auf ein Datum. Heute hat Lund in der Tageszeitung EZ, die er in der Innenstadt besorgt hatte, vom tödlichen Unfall des Erwin Haumer lesen müssen. Er hat sich nicht sofort bei seinem Auftraggeber gemeldet. Erst jetzt, kurz vor Mittag, befindet er sich in einer Telefonzelle auf den Schnellbahnhof Praterstern. Er wählt die Nummer, die er auswendig kann. Ihm ist es durchaus möglich, den Auftraggeber direkt anzuwählen, was er selbst vom Standpunkt des Auftraggebers für extrem unvorsichtig hält. Ausgezeichnet gemacht, lobt der Mann am anderen Ende der Leitung, beschwingt. Ich lese gern von Ihnen. Es war aber nur ein Unfall, sagt Lund mit Nachdruck. Ja, ja, was heißt nur? Hören Sie zu, fährt ihm Lund an. Ich weiß nicht. Verstehen Sie das? Ja, tönt es unsicher und echt verständnislos aus dem Hörer. Sie bekommen trotzdem mehr Geld, wie ausgemacht. Selbstverständlich. Wenn es ein Unfall war, ist es nicht meine Schuld. Der Unfall ist mir verdächtig, Ihnen nicht? Nein. Muss ich darüber nachdenken? Vielleicht ist der Unfall eine Finte. Lächerlich, reagiert der Auftraggeber schnell. Übertrieben, findet Lund. Ein Toter als Finte? Von wem? Von Ihnen. Unsinn, Wann reisen Sie ab? Ich bleibe noch ein paar Tage. Wieso? Geht Sie nichts an? Lund legt auf, kommt aus der Telefonzelle, dreht sich im Kreis. Niemand ist in der Nähe, der zugehört haben könnte. Lund geht quer durch die Halle zum Ausgang. Einer der Obdachlosen, die sich hier täglich versammeln, rempelt ihn an. Lund lässt sich nicht drauf ein und geht ruhig weiter. Er bleibt auf einer Bank vom Stadtgartenamt vor dem Bahnhof, beobachtet eine Zeit lang eine einsame Blumenfrau, die Selbstgespräche führt. Das ist der erste von insgesamt zwölf Aufträgen bei dem, was daneben gegangen ist. Vielleicht hat der Idiot gleich zwei beauftragt, überlegt Lund, verwirft den Gedanken aber schnell wieder. Er will wirklich zuwarten. Die zunächst überstürzte und dann ängstliche Reaktion des Auftraggebers macht ihm nachdenklich. Vielleicht hat der aber auch nur Angst vor einer möglichen Erpressung durch ihn, fällt ihm ein. Diese Angst ist unbegründet, weiß Lund. Er ist kein Erpresser. Der Gedanke, etwas vorbereitet zu haben, eine Waffe besorgt zu haben, für nichts ärgert ihn. Und noch was kommt dazu. Wenn Lund etwas misstrauisch oder fast hysterisch machen kann, dann sind es Zufälle. Kapitel 6 Springen Sie in die Luft, treiben Sie Sport, trinken Sie Wasser. Ivan Goll Schremser und Kottern sind schon an der Hausbesorgerwohnung, den Postfächern, der vergilbten Hausordnung und am Aufgang der Stiege 1 vorbei. Die Tür zum Hof mit den Milchglas-Scheiben ist nur angelehnt. Im engen, als vertierten Hof steht ein gestutzter Kastanienbaum mit rosa Blüten. Neben den Mülldonnern ist eine vergitterte Kiste mit gefleckten Kaninchen und einem fetten Meerschweinchen. Stehen bleiben, stehen bleiben, befiehlt eine resolute Stimme hinter ihnen. Kottern dreht sich erschrocken um. Schremser hat bereits die mit Bodenfarbe gestrichene Tür zum Hinterhaus geöffnet. Eine etwa 50-jährige Frau mit zurückgekämpften, fast weißen Haaren kommt vom Vorderhaus in den Hof. Sie hat eine Schürze umgebunden, auf der gekreuzte Kochlöffel zu sehen sind. Wo wollen Sie ihn? Das ist kein Durchhaus. Schremser zielt mit der rechten Krücke auf ihren Bauch. Sind Sie die Hausbesorgerin? Hausbesorgerin? Ja. Ein Weltwunder spricht Schremser zu Major. Kottern weiß, was der Dezernatsleiter meint. In den meisten Zinshäusern gibt es längst keine Hausbesorger und Hausbesorgerinnen mehr. Ausländer erledigen für weniger Geld die Reinigung. Die Hausbesorgerwohnungen werden zügig umgewidmet und zu Geschäftslokalen umgebaut. Seit 20 Jahren bin ich da Hausmeisterin und die nächsten 20 Jahre auch. Sie steckt einen kleinen Kamm fester in ihre Haare, bevor sie sich wiederholt. Wo wollen Sie hin? Polizei, sagt Kottern und präsentiert seine Legitimation. Ist die echt? Bleibt die Hausbesorgerin skeptisch? Wollen Sie hineinbeißen? Josefine Merinski, heißt sich, berichtet die Frau in wesentlich verändertem Ton. Wir müssen hinauf in den dritten Stock, erklärt Schremser. Zeigt mit der rechten Krücke ins Stiegenhaus des hinteren Gebäudes. Zu Haumer. Der ist bestimmt nicht daheim. Wieso nicht? Ein paar Tage habe ich den schon nicht gesehen. Und öfter als einmal kommt mir keiner ungesehen vorbei. Haben Sie einen Schlüssel zu seiner Wohnung? Schon. Dann holen Sie ihn, verlangt Kottern. Wir werden einen Blick riskieren. Dürfen Sie das? Kottern gibt keine Antwort. Frau Merinski verschwindet, immer noch ungehalten, in ihrer Wohnung und kommt nach einer Minute mit einem schweren Schlüsselbund wieder. Welcher es ist, weiß ich auch nicht, erklärt sie und geht vor den Polizeibeamten die abgetretenen Stufen hinauf. Wo ist der Aufzug, stöhnt Schremser? Der kommt frühestens 2005. Die Hausmeisterin trifft am frischesten im dritten Stock ein. Das ist die Wohnung. Dürrnummer 9a. Da steht Melzer, sagt Kottern. Glauben Sie, grinst die Hausbesorgerin, der ist zu blöd und hängt seinen eigenen Namen an die Tür. Schremser lacht meckernd, weil er den Satz fast wortwörtlich heute schon einmal gehört hat. Wieso nicht, will Kottern wissen, der nicht mitlachen kann. Schremser bricht sein Lachen ab. Vielleicht haben den Haumer auch andere gesucht, sagt die Hausmeisterin. Melzer hat nur der frühere Mieter geheißen. Hat sich aufgehängt. 1972. Weil seine Firma in Konkurs gegangen ist. Sie überreicht Kottern die Schlüssel. Wollen Sie? Ist ja ein Geduldsspiel. Was ist mit dem Hund, fragt Schremser. Unter dem einfachen Namensschild ist ein rundes, glänzendes Schildchen mit einem Hundekopf angebracht. Achtung, bissiger Hund. Der wohnt auch nicht mehr da, sagt Frau Merinski. Schon mit dem dritten Schlüssel hat Kottern Erfolg. Die Tür quietscht beim Aufschieben. Kottern tastet nach einem Lichtschalter, weil es im Vorraum der Wohnung kein Fenster gibt. Als die lädierte Deckenlampe endlich leuchtet, kommt Schremser in die Wohnung und schließt vor der Hausmeisterin die Tür. Frau Merinski wirft ihm noch einen empörten Blick zu. Mit ihrem so plötzlichen Ausschluss hat sie nicht gerechnet. Ihre Laune ist heute sowieso nicht die beste, seit ihr der Briefträger am frühen Vormittag eine Ansichtskarte gebracht hat, die vor zwölf Jahren in Jesolo aufgegeben worden ist. Sie hat noch Strafporto zahlen müssen. Im Vorraum wissen Kottern und Schremser sofort, dass jemand die Wohnung Erwin Haumers durchsucht haben muss. Die beiden Laden aus einem grün lagierten Telefonschrank sind herausgerissen worden. In der unteren Lade sind nur eine Unzahl von Nylontragtaschen mit Aufdrucken verschiedener Firmen und nicht verwendete Schuhbänder. In der zweiten Lade sind Filzschreiber, Klebstoff, Flaschenöffner, Korken und Büroklammern. Eine Tür führt ins Badezimmer und zum Klo. Der Spiegelschrank über der Waschmuschel ist ebenfalls durchsucht worden. Sogar die Kleiderablage im Vorraum ist aus der Wand gerissen worden. Schremser schnuppert wie eines der gefleckten Kaninchen im Hof. Zur abgestandenen Luft mischt sich ein süßlicher Geruch. Nach einem Verständigungsblick mit Kottern reißt Schremser die tapezierte Tür zum nächsten Zimmer auf. Jetzt ist es Gewissheit Verwesungsgeruch Schremser bleibt im Vorraum Kottern läuft zu einem der beiden Fenster öffnet es schnell wobei eine Scheibe in Trümmer geht. Kottern lässt es roh nach oben schnellen dann öffnet er das zweite Fenster. Er lehnt sich weit nach draußen. Schremser beugt sich inzwischen aus dem zuerst geöffneten Fenster. Erst nach Minuten dreht sich Kottern ins Zimmer um erpresst ein Papiertaschentuch gegen sein Gesicht. Ein Wohnzimmer auch hier perfekte Unordnung. Die Kästen sind geöffnet und durchsucht worden. Jacken und Mäntel liegen auf dem Baguetteboden verstreut. Ein Schreibtisch in einer Ecke steht nur mehr wie ein Gerippe da. Dann entdeckt Kottern die Leichen. In einem Käfig, der auf einem quadratischen Hocker steht, liegen zwei tote Streifenhörnchen. Verhungert, denkt Kottern. Gleich darauf bemerkt er, dass vier angefüllte Futterbehälter offenbar eigens aus dem Käfig genommen worden sind. Die Behälter stehen nur einen Meter vom Käfig entfernt auf dem Fußboden, gefüllt mit jetzt braunen Apfelstücken, Erdnüssen mit Schalen, Sonnenblumenkernen. Schremser öffnet eine weitere Tür. Ein Schlafzimmer genauso verwüstet. Kottern und Schremser beeilen sich wieder zu einem der Fenster. Der Geruch ist kaum auszuhalten. Wenn da überhaupt was zu finden war, ist es gefunden worden, nimmt Schremser an. Da bin ich mir nicht so sicher, sagt Kottern. Da ist gründlich gesucht worden, stimmt. Aber der Haumer war intelligent genug, ein sicheres Versteck zu finden, wenn er etwas zu verstecken gehabt hat. Dann eben nicht in der Wohnung. Kottern zeigt auf einem bunten, blechernen D-Behälter, der auf den Sims zwischen den beiden Fenstern steht. Schremser holt die Blechschachtel mit einer Krücke zu sich heran. Kottern macht die Schachtel auf, berührt sie dabei aber nur vorsichtig mit einem übrigen Papiertaschentuch. Im Behälter sind zwei Blätter aus einem A4-Heft, zusammengefaltet und beschrieben. Namen und Telefonnummern sind da notiert. Die Namen sind zum Teil nur mit Abkürzungen angeführt. Zwei Domband Kassetten ohne Hülle befinden sich ebenfalls in der Tee-Schachtel. Fast genial, lobt Schremser. Er meint damit einerseits das Versteck, andererseits die Tatsache, dass Kottern dieses Versteck nicht entgangen ist. Habe ich beim Hinausbeugen entdeckt, sagt Kottern. Nur Zufall? Kottern nickt. Er verschließt die Blechschachtel, stellt sie wieder auf der Sims, jetzt aber in Griffweite vom rechten Fenster. Jetzt brauchen wir ihn doch, meint Kottern. Wen denn? Den Hausdurchsuchungsbefehl, sagt Kottern. Vorschrift ist Vorschrift. Frau Merinsky lauert, wie von beiden erwartet, noch immer vor der Wohnungstür. Kottern sperrt von außen ab. Was gefunden? Sie scheint sicher zu sein, dass es in der Wohnung Haumers etwas von Interesse sicherzustellen gab. Schremser schüttelt den Kopf. Wir lassen noch jemand kommen, erzählte Schremser. Sie warten in ihrer Wohnung mit den Schlüsseln. Sagen sie, hat der Haumer öfter Besuch gehabt? Nie. Wie lang wohnt er schon da? Ein halbes Jahr ungefähr. Hat sie das nicht gewundert, dass er in den letzten Tagen hier nicht aufgedaucht ist? Gar nicht. Ist nicht das erste kann ich nicht ununterbrochen auf dem Posten sein. Wie gesagt, hin und wieder kommt man auch an mir unbemerkt vorbei. Sie macht ein Gesicht, das zu jedem Begräbnis passen würde. Haben sie jemals die Wohnung aufgesperrt? fragt Cotton. Wenn er nicht daheim war? Mehrmals früher. Er hat seine Viecher von mir versorgen lassen. In den letzten Tagen waren sie aber nicht in der Wohnung. Ich nicht. der hat seine Ratten gleich für längere Zeit selber verpflegt. Mit einem Futterautomat, glaube ich. Das war ihm anscheinend lieber als meine Fürsorge. Ein großer Diernarr. Cotton ist die Pause aufgefallen. Er zielt mit dem Schlüssel auf die Wohnungstür. War sonst wer da? Nach dem Haumer fragen? Ja, die Hausmeisterin spricht jetzt sehr schnell. Vor acht Tagen zwei Männer haben auch einen Polizeiausweis hergezeigt. Der war nicht echt. Nein, die waren bestimmt nicht von der Polizei, habe ich gleich gesehen. Als ich die Schlüssel nicht hergeben wollte, haben sie mich in meine Wohnung gesperrt und sind herauf gegangen. Und sie haben keinen Lärm geschlagen? Die haben gemeint, es sei besser für mich, wenn ich mich mucksmäuschen still verhalte. Wie lange sind die Herrschaften hier oben geblieben? Eine Stunde vielleicht, ich habe keine Uhr. Nachher hatten sie auch nicht das Bedürfnis in der Wohnung Nachschau zu halten. Das Bedürfnis schon, gab sie sofort zu. Die beiden haben mir das nicht gerade empfohlen. Ich bin nicht drinnen gewesen. Und die Polizei wollten sie nicht anrufen? Ich habe gewusst, ich habe was vergessen. Sie warten auf die Beamten, sagt Schremser noch einmal, während die Hausmeisterin den Schlüsselbund wieder an sich nimmt. Dann kommen sie mit zu uns. Wir machen ein Protokoll. Und ihre Fotos darf ich nicht anschauen, fragt sie mit gespielter Sorge. Bestimmt dürfen sie. Und nachher werde ich ihrem Zeichner meine Beobachtungen schildern. Auf den müssen sie verzichten, sagt Schremser und kopiert ihr bedauerndes Gesicht. Den borgt das Fernsehen nicht her. In etwa einer Stunde wird Schrammel mit den von Billig besorgten Hausdurchsuchungsbefehl und einer Gruppe von der Spurensicherung in der Haumabwohnung eintreffen. Schrammel wird den Behälter auf dem Sims bemerken, weil er vorher darauf hingewiesen worden ist. Und eine Stunde später wird die Teeschachtel Lotus Tee endgültig auf Kottern Schreibtisch landen. Bravo wird Schremser anerkennend zu Schrammel sagen und mit gespielter Neugierde den Inhalt inspizieren. Der Polizeipräsident wird dabei stehen und über den Grund für den auffälligen Blickwechsel zwischen Kottern und Schremser rätseln. Kapitel 7 Hoho meine Freundin wie wird mir ich kann dich gar nicht mehr sehen ist es denn schon Nacht geworden? Honore Del Balzac Kottern hat die Lederjacke ausgezogen und über das Telefon geworfen. Er sitzt beim Schreibtisch streckt die Beine aus. Die Ärmel seines gestreiften Hemds mit Kurzkragen sind bis zu den Ellbogen hochgerollt. Die Notizen stammen wahrscheinlich von Erwin Haumer selbst wie ein vorläufiger Schriftvergleich mit einem Brief aus dem Akt ergeben hat. Experte ist Kottern auf dem Gebiet nicht. Auf dem ersten Blatt stehen insgesamt drei Namen zu denen auch Telefonnummern gehören. Erstens Jakob Uhrmacher abgekürzt hingeschrieben Besitzer eines Kaffeehauses mit Bridge Club und einer Diskothek Telefonnummer 3124 00 Zweitens Alfons Stoiber der ebenfalls abgekürzt angeführt wird Mitbesitzer und Manager einer Foto- und Film Geschäftskette Telefon 240609 Drittens Robert Bellinger ohne Berufsangabe im Telefonbuch Telefonnummer 361788 Bellinger ist der einzige der drei Männer der mit Eintragungen im Strafregister aufscheint einmal leichte Körperverletzung zweimal Zuhälterei er ist 44 Jahre alt die letzte Eintragung liegt mehr als vier Jahre zurück Schremser und Kottern haben noch keine Schrammel selbstverständlich keine Idee wieso die drei Männer zusammen auf ein Blatt Papier gekommen sind Auf dem zweiten Zettel ist nur ein Frauenname notiert Ilona Schrammel schleppt aus dem Arsenal einen alten Kassetten Rekorde an dem nur mit Mühe ein Plätzchen auf Schremsers Schreibtisch verschafft werden kann Auf der ersten Kassette ist auf beiden Seiten nichts zu hören nur zweimal ein leises Knacksen das die ungeduldig warteten Beamten nicht recht interessiert vielleicht eine misslungene Aufnahme auf der ersten Seite der zweiten Kassette ist die Aufnahme in Ordnung ein bedohnt langsam geführtes Gespräch eines Mannes mit einem Mädchen das im Laufe des Gesprächs Ilona genannt wird der gleiche Name wie auf dem Zettel strahlt Schrammel den Rest des Dezernats an Bravo wiederholt Schremser Unkorrigierte Niederschrift des Gesprächs zwischen Ilona Identität unbekannt und einem Mann Identität ebenfalls unbekannt möglicherweise Erwin Haumer Mann Soll ich Fragen stellen oder willst du lieber drauflos erzählen Irna Ich weiß nicht was du hören willst Was genau Stell die Fragen Mann Wie alt bist du Ilona Das weißt du doch Mann Ist nur für die Aufnahme Ilona Ilona Ich verstehe 17 Bald Mann Wann brauchst du die nächste Spritze Ilona In zwei Stunden Spätestens Mann Hast du die schon bei dir Ilona Nein Mein Freund ist auf Besorgung Mann Hat der Geld dabei Ilona Ja von dir Dein Vorschuss für das idiotische Interview Mann Beschaffte das Zeug immer gemeinsam Ilona Ja meistens Sie lacht Brüderchen und Schwesterchen Mann Mit der Betteltour von den Diskotheken und drinnen Ilona Damit kannst du höchstens das letzte Haschisch anschaffen Mann also Ilona Du weißt es genau Mann Du sagst es war ausgemacht Ilona Ich rede eben Männer an die sowas wie mich notwendig haben oder lasse mich anreden Mann Du meinst du Ilona Du kannst das nennen wie du willst Mann Wie kommst du zu den Männern Ilona Die finden uns schon Spricht sich ja herum Wir sind halt billiger und besser als die anderen Mann Welche anderen Ilona Die das immer schon gemacht haben Mann Was heißt besser Ilona Auf jeden Fall jünger Pause Ja ja nicht mehr lang Wenn das Gesicht fett und hin ist wird halt der Rock kürzer Für die Gürtelpromenade oder ein Hotel reicht es dann immer noch Mann Bist du Polizei bekannt Ilona Ich glaub noch nicht hoffentlich Horror macht mir die Kieberei keinen Wachter haben mich schon öfter angehalten aber nie was nachweisen können Gummisocken gibt's bei mir nicht Mann Keine Angst vor Krankheiten Ilona Oh ja Ewig lebst du auch nicht Mann Und wenn du ein Kind kriegst Ilona krieg ich nicht Mann Was macht dein Freund Ilona Der probiert es auch Mann Bei Frauen Ilona gibt mehr Warme als du dir vorstellen kannst Mann Womit hast du angefangen Ilona Bier Haschisch mit deinem Freund Zuckerbäcker Lehrling Mann Nicht dein jetziger Freund Ilona Nein Nimmst du nichts Mann Überrascht Kaffee Ilona Zur Konzentration Was Schon was von Kaptagon gehört Mann Nein Ilona Das wird ein schwachsinniger Artikel Du hast keine Ahnung Mann Das wird gar kein Artikel Pause Und später Ilona Gras Mann Was Ilona Du weißt daran Schmarrn Sie lacht Habe ich selbst gezogen daheim auf der Veranda Die Mama hat die Pflanzen schön gefunden Mann Tabletten Ilona Wenn es welche gibt Mann Seit wann die Spritzen Ilona Seit ein paar Monaten Mann Was Ilona Vitamine Sie lacht wieder los Du bist wirklich zu naiv Mann Wo Ilona Im Diabolo hat mich ein angeredet Der handelt damit Ist ganz ordentlich aber selber süchtig und nur ein Buckle für die anderen Mann Was ist das Diabolo Ilona Ein Tanz Keller Mann Seit wann Spritzt du regelmäßig Ilona Von Anfang an Wirkt eh nicht mehr richtig bei mir Mann versteh ich nicht Ilona Ich muss es nicht haben Aber ich kann es nicht nicht haben Verstehst du trotzdem nicht Was Mann Du weißt doch Wer da wirklich das Geschäft forciert Ilona Das wissen viele Mann Kannst du den Namen sagen Ilona Ich will nicht Der hat den Herrn meinem Freund schon einmal Mann was Ilona nichts Mann sag den Vornamen damit legst du dich nicht fest Ilona gar nicht sag ich Mann Jakob nicht wahr Ilona Ja Scheiße Da bin ich schon festgelegt Wer heißt denn noch so verrückt Mann Hast du schon einmal an Selbstmord gedacht Ilona Bei mir nicht Der goldene Schuss ist im Fernsehen Nicht einmal denken Mann Du lügst Ilona Na und Mann Was ist mit dem Zug Ilona Freiwillig auf Turkey Du spinnst Mann Was ist mit deinen Eltern Ilona Ich bin über ein Jahr weg Mann Musst du von deinen Einnahmen was abliefern Ilona Nein Mit meinem Freund teile ich Mann Warum Ilona Ich mag ihn Jetzt kannst du den Kasten abschalten Mann Bin gleich fertig Ilona Du sollst abschalten Ich muss heim Kochen Mann Was Ilona Deine Fragen werden nicht besser Ich schwitze und du bist blind Mann Ich darf dich noch einmal fragen Nicht heute Irna Geh scheißen Mann Danke Die drei Beamten warten auf ihren Sesseln zur Sicherheit das Ende der ersten Seite der Kassette ab Auf der anderen Spur ist nichts aufgenommen worden Was hältst du davon fragt Schremser Mehr die Aufnahme eines Journalisten findet Kottern der seinen Rauschgift-Report mit Zierleisten schmücken will Eine Information ist drinnen mein Schrammel Auf dem Besitzer der Diskothek Jakob Urmacher liest Schremser vom Blatt Kann sein sagt Kottern Der Haumer Wenn er es war muss auf etwas gestoßen sein Irgendwas von dem er sich mehr versprochen hat als von seinen gewöhnten Betrügereien Erpressung presst Schrammel seinem atemlosen Mund ab Möglich Und wozu die Kassetten und die Namen sagt Schremser Die drei auf dem Papier gehören irgendwie zusammen Vielleicht sind sie alle einzeln erpresst worden Kann ich mir nicht vorstellen sagt Schrammel der sich selten was vorstellen kann Zugegeben das Domband beweist gar nichts würde auch bei keinem Richter in Österreich als Beweis zugelassen Als Basis für eine Erpressung ist das allerdings genauso zu wenig Vielleicht überlegt Schremser sind die besseren Beweise von den beiden Gästen in der Wohnung gefunden worden Die haben nicht mehr weiter gesucht Die D-Schachtel kann ein Reserve Hinweis sein Schrammel redet noch immer für uns ein Hinweis hauen aus für den Fall dass ihm was passiert Anscheinend ist ihm ja prompt was passiert Du wirst recht haben sagt Kottern Die Informationen reichen gerade um uns in Schwung zu bringen Eben Willst du mit den Männern reden Auf jeden Fall Den Herrn Uhrmacher und den Herrn Stoiber suchen wir auf Der Bellinger wird schon zu uns kommen müssen Schrammel soll telefonisch die Termine ausmachen Er verschwindet im Nebenzimmer Ein Amtsdiener der von jeden im Haus Hermes genannt wird bringt in einer dünnen Mappe schon die Untersuchungsergebnisse der Fingerabdrücke die auf der D-Schachtel sichergestellt wurden Die meisten sind von Erwin Haumer zwei von Schrammel der wieder einmal zu unüberlegt zugegriffen hat Auf Auf einem anderen Blatt wird das Kaliber der Tatwaffe ausgewiesen Kapselrevolver weiß keiner sagt Schremser Es kommen mehrere ausländische Gewehrtypen in Frage und nur ein in Österreich hergestelltes Gewehr das FK 1000 ein Jagdgewehr Glaubst du dass der Schütze ein Patriot ist fragt Kottern Die Anzeigen Überprüfungen wegen eventueller Schießübungen in der Nähe des Handels Case haben bis jetzt kein Resultat gebracht Schrammel kommt zurück Der Uhrmacher ist nicht anzutreffen berichtet er Mit seiner Sekretärin habe ich einen Termin für morgen 10 Uhr vereinbaren können Der Stoiber ist in Griechenland auf Segelurlaub kommt angeblich in drei Tagen zurück Der Bellinger weigert sich hierher zu kommen Wir sollen ihm eine Vorladung mit angemessener Fristsetzung schicken oder uns selbst zu ihm bemühen Jeder Zeitpunkt ist ihm recht sagt er wenn wir ihm vorher anrufen Mir auch sagt Kottern und will sofort zum Telefonhörer greifen Schrammel unterbricht ihn Heute ist es ihm schon zu spät sagt er Strichpupp meint Schremser Dreckiger Kottern lässt sich Jerabek vom Suchtgift kommen der nach nicht einmal fünf Minuten auftaucht ein pfeifenrauchender Fettfleck seine Bewegungen allerdings sind ruckartig und flink Er bevorzugt jugoslawischen Tabak Kottern gratuliert zum Stammhalter und verbeißt sich eine Bemerkung zum Namen des Kindes Ist dir ein Jakob Uhrmacher schon aufgefallen? Sein Lokal? Ja Zweimal haben wir in seiner Diskothek groß jeden Einzelnen kontrolliert Erwischt haben wir nur ein Barsüchtige und einen unterrangigen Dealer Was ist mit dem Uhrmacher selber? Da reicht nichts Kein Verdacht genug Habt ihr im Lokal jemand eingeschmuggelt? Dürfen wir ja nicht Ehrabek scheint sich zu bemitleiden Wie brav Vertrauensleute Ist bisher immer schief gegangen Hübscher Abend Präsident Billig ist einer der letzten beim Blutspenden Er legt sich auf die ihm zugewiesene mit weißem Kunststoff bespannte Britsche und streckt dem bereits freigemachten rechten Arm der Zapfspritze entgegen Die Schwester hat eine winzige blaue Mütze ohne Zweck auf ihren Haaren befestigt Sie schwitzt auf der Stirne und zwischen den Schulterblättern Wenigstens ein hübscher Vampir hat Schremser vor ein paar Stunden Kottern zugeflüstert Billig bleibt nachher nicht liegen wie es ihm von der Schwester aufgetragen wird Er steht auf und eilt ins Nebenzimmer wo auf jeden Spender eine Tafel Nussschokolade und ein kleines Glas Rotwein wartet Billig fällt in fast gestreckter Haltung ins Zimmer Eine komplette Ohnmacht Ein uniformierter Polizist der beim Weinausschenken hilft kann den Präsidenten gerade noch auffangen bevor er auf den Steinboden schlägt Das Murmeln im Zimmer wird für eine Minute etwas lauter Nach ein paar Minuten befindet sich Billig wieder auf den Beinen fühlt sich einigermaßen sicher und ist wie fast immer gleich wieder in unbegründeter Eile Er verlässt den Raum mit drei Tafeln Schokolade als Trost Er kommt am Fitnessraum vorbei eine erst vor kurzem auf Initiative Billigs und der Gewerkschaft eingeführte Einrichtung In dem größeren Zimmer befindet sich eine Sprossenwand Expander Handeln ein Zimmer Fahrrad und ein Tischtennistisch Schrammel und Kottern absolvieren ihr regelmäßiges Mittwochabend Match als Billig eintritt Schrammel ist bei der internen Kripo Meisterschaft im letzten Herbst dritter geworden Er droht Schrammel die unverzügliche Versetzung in den Innendienst an wenn er ihn nicht wenigstens zehn Punkte pro Satz erreichen lässt Den Tischtennisschläger hält Billig wie eine Fliegenklappe Schremser der manchmal den unparteiischen macht ist nach Hause gefahren Er Schrammel für heute nach der musikalischen Probe zum Essen eingeladen Diese Einladung findet zumindest zweimal im Monat statt Schrammel traut sich nur selten abzulehnen neben Neben seinen Ambitionen als Fischzüchter sieht Schremser sich gerne als Küchenchef Dass er sich mit Köhlminger von der Funkstreife Irene möglicherweise glänzend verstehen würde was das Kochen betrifft ist ihm nicht bekannt Heute will Schremser seinem Kollegen mit spanischer Küche kommen Gaspacho Madre Lino Madrid Suppe Sol Milo con Champignons Kalbsfilet mit Champignons und als Nachspeise Boudin Bilbao Kuchen Ein Muschel oder Fischgericht will er Schrammel nicht zumuten Leider muss er feststellen dass ihm die Champignons ausgegangen sind Er verwendet getrocknete China-Pilze Schrammel wird das ohne nicht auffallen Zumal sein Lieblingsgericht derzeit Rindsgulasch ist Cotton steigt bei einem dampfenden Würstelstand Je Roswita aus seinem Skoda Er ist sicher dass er im Eiskasten daheim kein wie an den anderen Tagen vorbereitetes Essen antreffen wird Ilse Cotton ist in der Volkshochschule im Russisch-Kurs Ab 22 Uhr treten sie und Cotton's Mutter mit einem Country-Programm in der Kalypso-Bar auf Im Moule Rouge sind die Frauen von einer billigeren Männerband aus Manila ersetzt worden Ist die Bohrenwurst gut fragt Cotton die Verkäuferin mit der früher vielleicht weißen Schürze die an ihrem Transistor-Empfänger dreht Gut nickt sie bestätigend und aus Cotton entscheidet sich für eine Bratwurst mit süßem Senf weil auch der angeschriebene Leberkäse und die Depreziner nicht zu haben sind Die Verkäuferin versetzt im Radio einen energischen Schlag das darauf die nächsten Minuten dadellos funktioniert Lonesome Road Cotton geht mit seiner Bratwurst ums Eck Von da an kann er die Verkäuferin zwar beobachten muss sich aber nicht auf eine Unterhaltung einlassen Ein Quecksilber Thermometer hängt am Eckpfeiler aus Holz Es hat immer noch 18 Grad Eine Spinne hat das Zeh von Celsius unter sich begraben Das Flaschenbier ist warm Die Verzögerung in den Ermittlungen macht Cotton wütend Die Möglichkeiten für morgen geben mir auch nicht zu übertriebenen Hoffnungen Anlass Mit der endgültigen Identifizierung rechnet er schon Dass sich ein gerissener Gauner wie Haumer auf eine so unsichere Sache wie Erpressung eingelassen haben könnte will ihm nicht in den Kopf Den Suchtgift Jerapeck ist der Name Haumer jedenfalls noch nicht untergekommen Cotton ist seit 21 Jahren im Polizeidienst hat damals gleich mit der Ausbildung für den Kriminaldienst begonnen und nie eine Uniform getragen Er schüttet die Hälfte des Bieres in den lichtgrünen Plastikkübel Die Wurstverkäuferin hat einen geschulten Blick Ein zahnloser Alter hat ein paar Frankfurter bestellt Schneiden sagt sie Der alte nickt fast gerührt Die dicken Fenster im Probenkeller beschlagen schnell Schrammel versucht sich am neuen geliesten Schlagzeug das purpurrot glänzt Er wird ein paar Sonderschichten einlegen müssen um wenigstens seinen inferioren Standard in puncto Rhythmus halten zu können Cottons Stimme klingt auch beschlagen Er trifft keinen höheren Ton Lovers of the world unite Walk like a man and surfing USA lässt er lieber aus Dafür brummt er ein langsames Lied dessen Noten er seiner Frau entwendet hat It goes from so good to so bad so soon Der Dezenatsleiter muss allein für den Chor verantwortlich sein weil Schrammel mit seinen Rhythmus Problemen überlastet ist Als sich Schrammel immer mehr vom Lied entfernt bricht Schrammel ab und spuckt in Richtung Schlagzeug auf den Steinboden Mein knurrender Magen hat mehr Taktgefühl als du in deinen unbegabten Extremitäten behauptet er Was sagt Schrammel Du sollst dir ein langes schönes Wochenende mit einem Metronom machen Warum weil es vielleicht hilft Schrammel muss den Empörten nicht spielen Er wirft die Schlaghölzer über die Schultern gegen die Wand und flüchtet zur Brettertür Ich kann auch allein auftreten droht an der Tür Sicher bestätigt Cotton mit Sound of Silence Die Tür fliegt gar nicht leise ins Schloss Cotton schaltet seinen Gitarren Verstärker ab Schremser weiß dass er sein Dinner ohne mitwirkendes Publikum verschlingen darf Es wird ihm recht sein Der Major erreicht von einer Telefonzelle im Gebäude des Südbahnhofs aus Erika Ledowski daheim kurz vor 19 Uhr die Frau die untertags Antiquitäten pflegt und verkauft scheint Raten zu haben wer ihr telefonisch nahe treten will Strand gut unerwünscht sagt sie ich bin es sagt Cotton ich weiß wie viele Ausreden hast du vorbereitet keine Frechheit du hast zwölf Wochen nicht angerufen tut mir leid mir auch für dich keine Zeit keine Lust nach was steht dem gestressten Polizisten der Sinn küsse küsse ohne herz training für das eingeschlafene gesicht wir sollten uns aussprechen ich bin dagegen wir könnten essen gehen ich bin auf diät Cotton saugt an seiner geschmackvollen plombe und schweigt in den schweren hörer der nach nikotin riecht bist du ausgewandert ich hab keinen schilling mehr lügt Cotton macht sich selber den warnen pfeift und hängt auf renate murawatz die andere möglichkeit kann er nicht anrufen die ist auf jeden fall im revier um das hotel lamm anzutreffen der portier im lamm heißt franz zwickel und lässt den major nicht passieren das gesicht des kriminalbeamten hat er sich nicht gemerkt nur die rissige lederjacke dienstlich oder privat ich weiß es sagt Cotton zwickel der schon karrieren als briefträger texter und pfarrer abgebrochen hat ist prinzipiell glänzender laune die wird ihm der getriebene polizist nicht verderben er lässt einen satz durch die nase das fräulein renate ist auf dem zimmer allein der portier grinst autoerotik im buff das gespräch endet plötzlich weil renate murawatz die treppe herab klappert ihr letzter kunde ein junger mann mit großen augen drückt sich an cotton vorbei ins freie renate hat seit dem letzten treffen mindestens zehn kilo zugelegt cottans blick landet auf einer gesprungenen naht am kurzen lederrock kommentar die die cellulitis die prostituierte bekichert ihre bemerkung allein ist der polizei langweilig mit dir immer mit der bemerkung erntet cotton gar nichts ist dir langweilig nur bis um neun da habe ich ein rendezvous renate lässt keine zweifel aufkommen selbstverständlich bezahlt bist du bei kassa ja ich bin gewaschen lockt renate und zieht cotton der sich steif macht schon zur treppe und der gymnasiast war so aufgeregt dass er mir gar nicht zwischen die beine gekommen ist im gewohnten zimmer ist alles unverändert die unterhosen an den wänden sind nicht mehr geworden der staub macht sich schon fast unsichtbar der ausgestreckte arm renates weist cotton zu kleinen waschmuschel über der kugellampe hängt wie immer ein dünnes handtuch damit es nicht zu hell ist renate zieht sich bis auf die strümpfe aus und kniet sich weil sie den unvermeidlichen stellungsstick des behamten kennt auf das bett cotton bleibt in den socken und birscht sich von hinten an während er sich in ihr bewegt redet renate normal weiter hat deine lieblingsfreundin nicht frei mit dir muss ich nicht so lange reden vorher und nachher du bist ein arschloch das habe ich mir auch schon gesagt und wer glaubt schon einen polizisten als als seine bewegungen heftiger werden klatschen ihre brüste gegen ihren bauch renate stellt das geräusch ab indem sie den oberkörper auf den flachen herbeigezogenen polster sinken lässt cotton weicht seinen blick im bandspiegel aus der dezenatsleiter setzt sich am legalen blackjack tisch ein limit von 7000 schilling er muss sich nach einer halben stunde korrigieren weil ihm jeder große satz jede verdoppelung verloren geht in gedanken ohrfeigt er sich schon warum lässt er sich hier quälen wo zu hause das spanische menü wartet um 8 gesteht sich schremser zusätzlich 5000 schilling einsatz zu und füllt zwei schecks aus auf einem der französischen roulette tische liegt die kugel auf 7 nach 7 spielt schremser automatisch 23 samt nachbarzahlen wie er auf dieses spiel gekommen ist hat er längst vergessen der dezenatsleiter tritt von hinten an einen feisten grouvet heran der seine hände durch einen berg von jetons wühlt einen gelben 500 schilling jeton wirft schremser auf den frischen filz 23 und die beiden nachbarn grunst er selbst sicher moment sagt der grubier schremser wartet geduldig eine minute als der grubier gegenüber die kugel in den kessel rollt wird der kriminalbeamte hektisch 23 und die nachbarn zu spät bedauert der grubier der mit dem sortieren der jetons überfordert ist und auf der hinter kopf glatze schwitzt nichts geht geht mehr bestätigt der tisch chef auf seinem ledenen dreh thron der grubier schiebt den gelben jeton zurück schweinerei ärgert sich schremser nach kugelfall wiederholt er das wort brüllend und rückt dem tisch chef einem dürren gespenst auf das abgewetzte sagot 23 ist gekommen bei wem muss ich mich beschweren wenn ich mich beschweren will bei mir aber ich nehme die beschwerde nicht an was heißt das zwei minuten habe ich gewartet dass mein spiel gesetzt wird wie soll ich setzen wie die anderen ich will nicht selber setzen ich will setzen lassen damit es nachher kein missverständnis gibt holen sie mir den saalschef den können sie selber holen das hätte der obergruppe nicht sagen sollen der dezenatsleiter stößt wütend eine krücke in die sortierten schittons ein paar verlassen in hohen bogen den tisch und verschwinden in den taschen und unter den fußsohlen anderer gäste der tischchef bleibt immer noch gelassen als habe er bei Schremser nichts anderes erwartet sie fallen uns ja nicht zum ersten mal auf behauptete er arrogant rotzpupp schreit schremser gekränkt und seine krücke befördert wieder ein paar schwere schottons unter das begeisterte publikum der saalschef und zwei kriminalbeamte in zivil zerren den keifernden und spuckenden dezenatsleiter in den vorraum auf einem tiefen fodeu soll er sich beruhigen er will sich nicht beruhigen das sanfte gesäusel der kollegen und des casinomenschen machen ihm nur noch einmal wütender um 8 uhr 20 entschuldigt sich der saalschef sogar bei Schremser der eine aufgeregt gestammelte schilderung des vorfalls gegeben hat man zahlt ihm auch den gewinn aus der entgangen ist damit er den mund hält künftig hin will man ihn allerdings nicht mehr sehen so kenne ich dich gar nicht sagt einer der kriminalbeamten die für den ermittlungsdienst nicht herangezogen werden ich mich auch nicht sagt Schremser zum ersten mal seit jahrzehnten ist ihm der Appetit vergangen eine Reaktion von kurzer Dauer beim Praterstern beruhigt sich Schremser schon mit einer Specksemmel und einem Becher Bier von den spanischen Spezialitäten zu Hause bleibt kein Rest über den sich sein schwarzweißer Kater Kato freuen könnte möglicherweise ist Alfred Schrammel nicht der einzige Mann in Wien der ein Farbbild von sich selbst in der Brieftasche hat Bestimmt ist er der einzige Polizist Die Demütigungen von der Probe sind schon vergessen Als er auf seinem Brieffach einen Expressaufkleber entdeckt queren enthusiastische Gedanken seinen Kopf Sollte die angeschriebene Dame schon zurückgeschrieben haben womöglich mit einem Treffpunktvorschlag für heute Im Postfach liegt ein violetter parfümierter Brief Schrammel drückt ihn an die laute Brust während er hinauf zu seiner Wohnung eilt In der Küche schlitzt er das Kuvert mit einem Fischmesser Das Briefpapier ist noch violetter Die Handschrift schwarz Sehr geehrter Herr Schrammel Sie haben mir geschrieben Ich antworte Ihnen weil ich der Höflichkeit noch nicht ganz abgeschworen habe Selbstverständlich weiß ich dass in Briefen auf Kontaktanzeigen gern gelogen wird Sie sind beim Lügen schon fast professionell Es ist mir an sich vollkommen egal ob Sie im Verteidigungsministerium oder in einem stinkenden Wachzimmer werken Ich kann Sie nicht kennenlernen weil ich Sie schon kenne Wieso geraten Sie immer an mich Sie sind mühsam und es ist mühsam mit Ihnen Sie geben nicht auf Geben Sie endlich auf Lassen Sie mich in Frieden und belästigen Sie auch andere Frauen nicht mehr Zeit Zeitvertreib heißt eines meiner Motive Ihr Name ist Zeitverschwendung Wann verstehen Sie das mit ärgerlichen Grüßen in der Hoffnung nie wieder vor Ihnen zu hören Ihre meinen Namen werden Sie ja mittlerweile erraten oder ermittelt haben Margit Winter Niedergeschlagen lässt Schrammel den zerknüllten Brief in den Papierkort plumpsen Margit Winter die schon einmal über ein Inserat kaum kennengelernt hat bleibt ihm ein Rätsel Er könnte eher weil sie sich einmal einen Abend lang voller Geduld mit ihm abgegeben hat Gedichte und ganze Romane widmen Daran wird sich nie etwas ändern Er werde ihr auf jeden Fall Papierblumen an die Verlagsadresse schicken und in einer Woche ein schriftliches Betteln um eine Audienz folgen lassen Der Abend wird also nicht Gefühlen gewidmet sein Na gut beruhigt sich Schrammel Das Grießkoch aus der Packung mit heißer Butter Kristallzucker und Nesquik wird auch gut sein Und das graue Buch von Miggis Bülén das er in der Dienstbücherei gewählt hat ist vielleicht sogar interessant Einer der Storys heißt Morgen werde ich tot sein Cotton fährt noch in den neunten Bezirk zum Diabolo Er basiert mit dem Auto mehrmals den Eingang zur Diskothek Ein paar junge Leute stehen herum Einer hat eine Knickerbocker aus Leder an und silbrige Haare Cotton hält den Wagen an und dreht das Seitenfenster nach unten Kann aber nichts von der Unterhaltung mitbekommen Möglicherweise dürfen sie nicht oder noch nicht hinein Plötzlich steht einer neben dem Seitenfenster der sich von hinten angeschlichen hat Er hat einen blauen Arbeitsuferall an eine schwarze Augenbinde über den linken Auge und auf der rechten Wange zwei aufgeklebte Tränen Na sagt Cotton der gruft entronnen Cotton begreift dass er sich hier nur lächerlich machen kann mehr als das registrieren von verschiedenen Verkleidungen außerhalb der dafür reservierten Zeit ist ihm nicht möglich der junge Mann mit der Augenbinde winkt ihm nach Daheim holt sich Cotton eine von ihm längst beurteilte Dose Tuborg Bier setzt sich ins Wohnzimmer auf das Fernsehfoteu das mit einem Hebelchen in Sekunden fast zum Liegestuhl wird Im Vorzimmer telefoniert Gerhard mit einer Freundin Wüsste Cotton dass sich die Freundin derzeit in London aufhält würde ihm die Länge des Telefonats nicht erst in ein paar Wochen Kopfzerbrechen machen er schaltet mit der abgegriffenen Fernbedienung den Fernsehapparat ein die Mutter die im Kimono auf den Sitzelementen liegt schaut abwesend hoch sie beschäftigt sich mit einem kriminalistischen Kreuzworträtsel das Dosenbier hat die richtige Temperatur was liegt mitten im Kolb fragt Aloysia Cotton plötzlich weiß ich nicht sagt Cotton im Fernsehen poltert das Werbeprogramm ein Rasierwasser Dipp empfiehlt Honig Schaumbäder zwei Buchstaben ergänzt die Mutter Ohl sagt Cotton mitten im Gold liegt Ohl sie starrt auf das Kreuzworträtsel und dreht den Bleistift zwischen Zeigefinger und Daumen Witzig meint sie verärgert stimmt aber Eine ältere Dame mit bläulichen Gesicht bedeuert auf dem Bildschirm dass sie sich ohne ihren Lecidinsaft nur mehr auf allen Vieren fortbewegen könnte Verstehst du was von Diskotheken fragt Cotton mehr als du du bist für sowas zu alt ich komm als Kuriosität schon wieder hinein Aloysia Cotton zeigt über den oberen Rand der Rätsel Zeitschrift ein interessantes Gesicht in der Hoffnung eine Ermittlung inoffiziell zugeschanzt zu bekommen Kennst du das Diabolo in der Glasergasse im Neunten sie nickt ich habe dort Getränke gemixt wozu soll ich dir meinen Pensionsabschnitt zeigen kennst du den Uhrmacher sicher dem gehört der Laden Cotton lehnt sich nach vorn der Liegestuhl wird mit einem ächzenden Geräusch wieder zum Foteu wie gut kennst du ihn persönlich gar nicht ich weiß wie er ausschaut aber den kennt jeder weil er gleich in der Nähe seinen Bridge Club hat spielst du Bridge immer schon in die Diskothek lässt er jeden hinein im Kaffeehaus hat das Diabolo Publikum von Haus aus Lokal Verbot der hat sogar ein Verbotsschild an der Kaffee Haustür angebracht wie ein Verkehrszeichen ein Langhaariger im roten Kreis und durchgestrichen originell Apropos originell die Diskothek hat früher 53 geheißen die Mutter hat das Schweden Rätsel auf den Glastisch gelegt und ich sag ihr originell wieso in New York die frühere prominenten Diskothek hat auf den Namen 54 gehört Cotton legt eine Schweigeminute ein im Fernsehen wird für ein Fliegenspray geworben der jede Menge und alle Arten Fliegen bolternd auf dem Boden abstürzen lässt das wäre was für den Polizeipräsidenten weißt du ob ihm Diabolo Rauschgift umgesetzt wird bestimmt ist dir was angeboten worden ich bin likörsüchtig weiß aber jeder dass der Uhrmacher den Handel da in der Hand hat Gerd hat sein telefonisches Liebesgeflüster beendet und steht auf dem Teppichrand aha sagt Cotton ohne Betonung jeder und deine Polizei schaut zu ist nicht meine Polizei hast du schon einmal ich will sagen ist dir was angeboten wird das ein Kreuzverhör Gerhard nimmt eine Streichholz Schachtel aus einer Tasche die an seinem Ledergürtel befestigt ist er streckt Cotton die Schachtel hin was steht da drauf ein Lesetest fragt Cotton misstrauisch was steht drauf hasch eben ich soll glauben dass du da drinnen die Schachtel öffnen und mich blamieren du rauchst ja nicht einmal ich ich trinke die sagt mit gespielter sicherheit du willst nicht nachschauen nein er steckt die Zünd Holz schachtel wieder in seine Känguru tasche und zieht den Reißverschluss zu moment überlegt Cotton laut wenn du nicht rauchst brauchst du auch keine Zünd Hölzer eben sagt er noch einmal du hast eine Chance gehabt jetzt darfst du nicht mehr schauen Cotton ist nun doch unsicher und versucht den Dialog der eben stattgefunden hat von Anfang an zu rekonstruieren Gerhard grinst ihn an dann aus bevor er loslacht Cotton stimmt nach wenig Sekunden ein im Fernsehen ist ein plapperndes Interview zu sehen ein Meteorologe versucht seine Wettervorhersage von gestern zu begründen wenigstens nimmt er sich selbst nicht ganz ernst jedes vorhergesagte Wetter trifft ein sagt er nur der Zeitpunkt ist unsicher im Abendprogramm folgt ein amerikanischer Film der Cotton schon im Kino nicht gefallen hat die Mutter besteht auf den Film und wird von Gerhard unterstützt Cotton setzt sich die Kopfhörer auf und legt eine Schallplatte auf den Gummiteller seine derzeitige Lieblingsplatte von Paul Anker Er hat davon auch eine Kassette fürs Auto aufgenommen Auf dem Weg ins Sicherheitsbüro singt er manchmal mit Paul Anker hebt bereits die Stimme I'm just a lonely boy Cotton singt nicht mit Gelegentlich kommt ihm ein einzelner Ton aus Gerhard betrachtet den Vater missbilligend der mit geschlossenen Augen Auf dem Spann Teppich liegt Im ersten Augenblick hat er angenommen Der Grundton gehört zum amurösen Repertoire von Dean Martin Der es auf dem Schirm auf die rothaarige Shirley McLean abgesehen hat Nach einer halben Stunde Paul Anker und zwei selbst gewählten Wunschwiederholungen geht Cotton ins Badezimmer Duscht sich mit lauwarmem Wasser Nach dem Abtrocknen setzt er sich auf dem Badewannenrand und reibt sich den Kopf kräftig mit dem neuen Haarwasser ein das am Vormittag mit der Post gekommen ist Das Stinkwasser verspricht wahre Wunder wie die bisherigen Präparate auch den Haarausfall hat das nicht beeindruckt Cotton Haare sehen immer noch recht voll aus weil er sie fast täglich wäscht bürstet und föhnt bis zur endgültigen Glatze hat er noch ein paar Jahre Zeit weiß Cotton mit einem Coupon aus der Fernseh Illustrierten hat er sich trotzdem schon einmal eine Sonderinformation über Hair Waving bestellt dass die Mutter ins Badezimmer gekommen ist hat Cotton nicht gehört er konzentriert sich auf die empfohlene fünfminütige Kopfmassage Aloysia Cotton steht neben ihm und schaut ihn von oben an der Schädel wächst dir durch die Haare sagt sie ich weiß ist der Film schon aus nein sie nimmt die Haltung einer Fernsehsprecherin ein entschuldigen sie bitte die Störung warum hast du dich vorhin so für das Diablo interessiert kein besonderer Grund wegen der Ilona wo hast du den Namen her er macht ein erschrockenes Gesicht und kippt fast in die Badewanne aus der Zeitung da kann noch nichts in der Zeitung sein die ist vor circa zwei Monaten gestorben Überdosis Ilona R ist in der Zeitung neben dem Foto gestanden ich weiß auch nicht wie sie ganz geheißen hat durch das Foto habe ich mich gleich an sie erinnern können ich habe sie im Diablo gesehen Cotton der von dem toten Mädchen nur die schneidende Stimme kennt bricht die Massage der juckenden Kopfhaut ab weißt du sonst doch was über sie nein Gerhard schreit aus dem Wohnzimmer der Film wird fortgesetzt die Störung lag nicht in unserem Bereich sagt die Sprecherin obwohl es sich um einen Videoschaden gehandelt hat On the Road Again Cotton treibt dem Skoda musikalisch von Paul Anker begleitet über den Gürtel in Pacino einem winzigen Kaffee im achten Bezirk trinkt er in einem Winkel heiße Schokolade mit kubanischen Rum und fandet in der Einheitszeitung von morgen nach einem Chronik Bericht der mit Haumer zu tun hat der Fall ist nach nur einem Tag für die Journalisten fast verstorben nach der Schokolade und der Lektüre des Horoskops das für morgen meint von der Liebe allein können sie nicht leben lässt sich Cotton zu spanischen Rotwein überreden nach Mitternacht probiert er mit dem Besitzer und Kellner die Schnäpse durch als sein neuer Freund aus dem Auto alkoholischen Nachschub organisieren will flüchtet der Major schon beim Starten schmettert Cotton der jetzt ohne Tonband auskommt Lady of Spain I adore you Nach zwei Kreuzungen die er bei gelb überquert entdeckt er im Rückspiegel Blaulicht er verlangsamt die Fahrt weil er noch ein bisschen Hoffnung hat dass es sich um einen Rettungswagen im Einsatz handeln könnte es ist eine Funkstreife die sich vor dem Skoda quer stellt ein uniformierter fetter Polizist klettert aus dem Wagen umrundet Cotton's Auto und reißt die Tür auf steigen sie aus befiehlt er und holt im nächsten Augenblick den Major am Oberarm aus der Schnaps Luft dann drängt er sein Opfer gegen die Motorhaube wie er das in amerikanischen Highway Filmen gesehen hat Führerschein vergessen behauptet Cotton so so sagt Hannes Schwandel der andere Polizist der jetzt auch neben Cotton steht er fischt den Führerschein aus Cotton's Jacke liest den Namen der ihm nichts sagt den Alkoholtest nehme ich an werden sie verweigern gute Idee Kollege gibt Cotton zu der die Verweigerung wirklich für eine gute Idee hält das Wort Kollege beschert ihm eine verhaltene Ohrfeige wollen sie weiterfahren fragt Kölminger sowieso wir rufen ihnen ein Taxi sagt Kölminger freundlich und klimpert mit dem abgezogenen Schlüsselbund Cotton's danke in der Früh nachdem sie sich bei uns ausgeschlafen haben Kapitel 8 I live on a big blue ball I never do dream I may fall Jesse Winchester Der Tag beginnt wie es zu erwarten war Der Major hat zwar den Fängern der Polizei noch im Laufe der Nacht entfliehen können Heribert Pilch hat aber gleich zwei körperliche Adressen für präsidiales Geschrei Zwei Drittel Morddezernat Als Pilch ruhiger wird knurrt er als Armen in Kotans rotes Gesicht Polizei Schädling Es tut mir leid Lügen Sie nicht Alles fällt auf mich zurück Was ist mit meinem Führerschein Was schon der ist weg Sonderbehandlung Bewilligt Ich kriege ihn früher zurück hofft Kottern Später Und die Dienstfahrten Der Kollege Schrammel wird sie pilotieren Der fährt wie ein Schwein Sie haben es verdient Der Präsident macht jetzt ein fast glückliches Gesicht Seine Zufriedenheit legt sich als er Schremser auf der schleichenden Flucht zur Tür bemerkt Was haben sie im Casino angestellt Den Schwanz auf den Tisch gelegt Bevor Bilch reagieren kann hat Schremser das Büro verlassen und die Tür ins Schloss geworfen Wahrscheinlich auch gelogen tröstet Kottern Die nächsten Stunden im Dezernat bringen noch mehr was zu erwarten war Die Ergebnisse des Erkennungsdienstes die Wohnung Haumers betreffend sind jetzt vollständig Fingerabdrücke gibt es nur wenige von Haumer der Hausmeisterin von Schrambl und von ein paar nicht identifizierten Personen Schremser glaubt nicht über diese nicht identifizierten Abdrücke die zwei Besucher ausfindig machen zu können Um 28 kommt der erste erhoffte Anruf Ein Arzt aus dem Rudolfspital meldet sich Schremser stenografiert mit Tonsilektomie sagt Schremser zu Schrammel nachdem er das Gespräch beendet hat Schremser scheint direkt auf Beifall zu warten was Schrammel kapiert nicht der Haumer hat sich die Mandeln entfernen lassen vor zehn Jahren Schremser klopft mit dem Zeigefinger auf den EKF Bericht da ist sein Blutbild B1 positiv das stimmt Kotam bringt Informationen über Iluna die heißt Rössler mit dem Familiennamen am 27. 2. des Jahres wurde sie in ihrer Wohnung tot aufgefunden verstunkene Fixerbude sagt Jerapeck wenig später sie ist an einer Überdosis Heroin gestorben ein handgeschriebener Abschiedsbrief wurde vorgefunden durch die Angaben im Brief gelang die Festnahme eines kleinen Händlers deswegen wurde er auch gar nicht erst in Betracht gezogen der Brief könnte unter Zwang geschrieben worden sein Auf dem Briefpapier fanden sich ausschließlich die Fingerabdrücke von Iluna Rössler Schrammel ist ja nicht in der Nähe gewesen Eine zufällige Überdosis oder ein absichtliches Unterschieben wurde ausgeschlossen Iluna Rössler ist die Suchttote mit der Nummer 3 in der heurigen Statistik die aber zum Beispiel süchtige Selbstmörder die sich für eine der üblichen Methoden entscheiden gar nicht erfasst Was ist mit dem Freund fragt Schremse der auf der Kassette erwähnt wird Im Bericht ist keine Rede von einem Freund sagt Cotton Es muss das Mädchen vom Domband sein Im Dezember ist sie wegen Geheim Prostitution aufgegriffen worden Zum ersten und einzigen Mal Ja Da ist niemand aufgefallen dass sie süchtig ist Anscheinend nicht Um 8.45 Uhr ruft Dr. Anton Bayerl an Ein Zahnarzt Er fordert Cotton auf sich die Behandlungskarte von Erwin Haumer der bei ihm vor etwa drei Wochen in Behandlung war umgehend abzuholen Cotton hat vom Toten im Keller bereits eine Liste seiner Zahn Besonderheiten anfertigen lassen Schremser und Schrammel werden den Termin bei Jakob Uhrmacher allein wahrnehmen müssen Haumer oder nicht Haumer Die Zahnarztpraxis Dr. Bayerls ist im Mezzanin eines renovierten Althauses beim Donaukanal Die Tür zum Warteraum ist angelehnt Dr. Bayerl ein großer Mann um die 60 mit Fressbauch sitzt im weißen Kittel auf der Langen lackierten Bank im Warteraum Die Ordination fängt bei mir erst um 10 an sagt er Für sie mache ich aber gern eine Ausnahme Ich bin kein Patient erklärt Cotton Ich weiß sagt der Zahnarzt und führt den Kriminalbeamten in den Behandlungsraum Ein kleiner Blick kann nicht schaden wenn sie schon da sind Er schiebt Cotton auf den Patienten Stuhl und pumpt ihn in die Höhe Cotton schaut sich verzweifelt im Zimmer um an den weißen Wänden hängen Vorbeuge Plakate Behandeln ist Silber Vorbeugen ist Gold Gratis sagt Dr. Bayerl Selbstverständlich Selbstverständlich repetiert Cotton der dem Arzt die vorbereitete Liste reicht Was ist das? Ein Verzeichnis der blombierten und gerissenen Zähne der Leiche Außerdem wird eine Wurzelbehandlung am Zweier und Dreier unten links genannt Die angeführten Absplitterungen sind bestimmt erst durch den Unfall dazugekommen Der Zahnarzt geht zum Schreibtisch Er setzt eine rahmenlose Brille auf Bevor er sich der Liste Cotterns widmet Völlig identisch sagt er nach wenigen Sekunden Da besteht kein Zweifel Endlich meint Cotton aufatmend und will vom Protest steigen Abspringen verboten protestiert Dr. Bayerl der schnell wieder beim Behandlungsstuhl ankommt und Cotterns feige Flucht verhindert Nun zu ihnen Er setzt sich den Kunststoff Ring mit der Spiegellampe auf und nimmt sein Untersuchungsbesteck Weit auf verlangt er von Cottern der gleichzeitig mit dem Mund die Augen weit auf macht Ist dieser Haumer ein Krimineller? Cottern nickt er nickt weil er zwar den Mund weit aufmachen darf aber nichts sagen kann Cottern gibt dem Zahnarzt das Bild Erwin Haumers aus seiner Jacke Der war bei mir sagt Dr. Bayerl schnell Er scheint sicher zu sein nur dieses eine Mal übrigens war er in Begleitung Cottern zieht die Augenbrauen fragend nach unten Auf seiner Stirne bilden sich mehrere senkrechte Falten Was meinen Sie Nein beschreiben kann ich den anderen wirklich nicht Ein Mann gewöhnlich ist als Chauffeur mitgekommen Was glauben Sie wie viele Leute bei mir jeden Tag in der Ordination sind Der Zahnarzt ist Cottern mit dem Kopf jetzt besonders nahe gekommen weil er bei den unteren Weisheitszähnen herumstochert Dr. Bayerl riecht muss Cottern merken selber nach verfaulten Zähnen Außerdem zittert er Eigentlich alles in Ordnung stellt Dr. Bayerl fest und richtet sich auf Nur die frische Plombe ist nicht viel wert Von einem Dentisten höchst wahrscheinlich Die verlieren sie demnächst wieder Wenn sie wollen mache ich ihnen gerne und gleich Cottern verzichtet und lässt sich nicht mehr zurück halten Er gibt dem Arzt kurz die Hand und zur genieteten Ledertür auf der ein einfaches Kartonschild befestigt ist Exit Die Karte ruft dem Dr. Bayerl nach Cottern kehrt um nimmt die Karte Haumers und dessen Behandlungsschein von der Krankenkasse auf dem auch die letzte Adresse Haumers genannt ist Springergasse 12 zweite Stiege Tür 9A Cottern schaut bevor er ins Büro geht im Büro des Präsidenten vorbei nach der ersten illegalen Fahrt hofft er den Präsidenten doch noch umstimmen zu können was seinen Führerschein betrifft Bilch ist nicht da mitten auf dem Tisch thront der gestern im Werbefernsehen präsentierte Fliegenspray eine Riesendose mit Preisvorteil ab ab jetzt gilt die Identität des Erschossenen fast zwei Tage hat das gedauert Haumer ist als Dieb des Autos erkannt worden indem er noch am gleichen Tag erschossen worden ist er hat Papiere bei sich gehabt der der Frau Kahlbeck mit einem Vorwand abgenommen hat das Blutbild stimmt der Zahnvergleich hat komplette Übereinstimmung ergeben Ob dem Toten im Keller der Anzug zu eng war ließ sich allerdings nicht mehr feststellen Im Dezernat ist eine der Bedienerinnen mit dem Putzen der Fenster beschäftigt Zumeist ein sicheres Zeichen für baldigen Regen weiß Kottern Auf dem Schreibtisch findet er einen Zettel mit aufgemaltem Rufzeichen eine Nachricht von Schremser Kottern hält die Gegenwart der auf dem Fensterbrett balancierenden Fensterputzerin nicht aus Dauernd hat er das Gefühl sie im nächsten Moment vor einem möglichen Sturz in die Tiefe bewahren zu müssen Sie muss mindestens 50 sein und ist nicht einmal angebunden Machen sie in zehn Minuten weiter sagt Kottern Ist das ein Befehl sagt sie und steigt auf einen zum Fenster gerückten Sessel Eine Bitte Mach ich Das stört mich genauso Wieso Ich kann nicht arbeiten wenn sie 20 Meter über der Straße herum turnen Ich bin noch nie abgestürzt Wer weiß Sie halten mich auf Sie mich auch Außerdem brauche ich überhaupt keine sauberen Fenster Wenn ich hinausschauen will mach ich eines auf Und bei Ihnen daheim werden die Fenster auch nicht geputzt Nein sagt Kottern Ich schlage sie ein und lasse den Glaser kommen Die Bedienerin gibt das verbale Duell auf und geht auf den Gang Der Spiritusgeruch bleibt Kottern nimmt den Zettel auf dem Schremser in Heinzelmännchenschrift ein paar Sätze notiert hat Die Frau Karlbeck hat zweimal angerufen Sie möchte unbedingt mit dir persönlich sprechen Sie hat keinerlei Andeutungen gemacht Paul B.S. Du musst dir einen großartigen Eindruck hinterlassen haben Der Major hat sich telefonisch angekündigt Frau Karlbeck hat ein rotes Kleid mit dünnen Trägen an Dieses Mal handelt es sich um kleine blaue Blüten die aufgedruckt sind Sie sitzt auf dem fast schon gewohnten Fleck auf der Couch Kottern auf der Kante der Schweden Fotos Wie gute Bekannte denkt Kottern Tatsächlich weiß er nur über die Beschaffenheit der Wohnung genau Bescheid Der Kristall Aschenbecher auf dem Tisch ist neu Der Fernsehapparat ist wieder eingeschaltet Die Sendung mit der Maus Frau Kahlbeck trinkt der Ihn Der zweiten Schluck nicht mehr stört Kottern würde zwei Sterne vergeben Sie stehen heute als kühles blondinchen in der Zeitung Man muss sich verändern sagt sie Außerdem gibt es Perücken Ist was passiert? Nein Ich habe ihnen nur etwas noch nicht gesagt Ist es dringend? Vielleicht nur wichtig Kottern starrt sie an Sie zögert noch schenkt sich den nach und schaut in den Winkel mit dem Wäschetrockner der heute mit einem Strumpfhalter Stutzen und Waschlappen behängt ist Dieser Herr von der Versicherung sagt sie Haumer heißt er Der ist noch ein zweites Mal bei mir gewesen Wann Damals noch am gleichen Tag ist er wieder gekommen Der hat gleich gemerkt was mit mir los ist Kottern verzieht den Mund weil er selber nichts gemerkt hat er dreht die Bierdose in der linken Hand er ist als Kunde gekommen verstehen sie war ihnen das peinlich eigentlich nicht ich habe ihn gefragt ob ich deswegen meinen Anspruch auf das Versicherungsgeld verlieren würde er hat gesagt nein dann hat er weniger bezahlt als üblich ist und ist länger geblieben ja ist ihnen was aufgefallen nein mir fällt nie was auf sind alle gleich er wollte mich stöhnen hören und ich habe gestöhnt das habe ich gelernt jeder Trottel hat die fixe Idee mir einen Orgasmus aufdrängen zu müssen und jeder glaubt noch dazu dass er der einzige in der Stadt ist der das kann hat er was gesagt nein das sind auch alle gleich die denken viel und reden wenig wenn sie was reden ist es sowieso gelogen oder sie fangen an fragen zu stellen ewig die gleichen er hat sich zwei bornos angeschaut den zweiten nicht mehr ganz video im schlafzimmer ich habe noch nie sowas gesehen lügen sie gerne nie lügt kottern wollen sie sich was anschauen bei mir gegen gebühr elfriede kalbeck nickt lieber nicht versäume ich was nein gibt sie zu was war damals nachher er hat mich nicht mehr angegriffen obwohl er sich die videos nur zwischendurch anschauen wollte er ist richtig davongelaufen ist es alles zu wenig kottern zuckt die linke achsel ich habe noch eine dose im eiskasten sagt frau kalbeck und steht auf von der gleichen sorte ich muss weiter behauptet kottern die leere bierdose nimmt er mit kottern weiß nicht warum die kalbeck mit ihm sprechen wollte dass die nachricht haumer sei zweimal bei ihr gewesen von bedeutung ist kann sie ja selber nicht geglaubt haben von einem wachzimmer im 20. bezirk ist die einzige gemeldung bezüglich schießübungen gekommen mehrere anzeigen sind da in den letzten wochen gemacht worden kottern will die rückkehr von schrammeln und schremse abwarten er blättert im haumer akt alter 44 geboren in mistelbach steht da kottern lacht die bedienerin wundert sich durch die offene gangtür weil der major allein lacht mistelbach ist ein kleiner ort im weinviertel mit überwiegend bäuerlicher bevölkerung der ort gilt als überdurchschnittlicher Lieferant von polizisten die in wien dienst machen die uniformierten polizisten werden deswegen auch oft nur mistelbacher genannt haumer jedenfalls hat seit seinem fünften lebensjahr in wien gelebt und hat nie den versuch unternommen im polizeidienst fuß zu fassen hat einer der drei männer aus der de schachtel erwin haumer erschossen selber oder nur den auftrag dazu gegeben eine frage mit der sich kottern länger beschäftigt herbert bilch schwitzt an den schläfen als er in kotterns zimmer stürmt kottern hat ihn gehört denn die schuhsohlen des präsidenten sind mit eisen beschlagen auf dem gang ist bilch eine fleischfliege sarkophaga garnaria direkt ins gesicht geflogen das erste exemplar in diesem jahr bilch hat die fliege bis zu den toiletten verfolgen können sie dort aber aus den augen verloren von kottern will er wissen was an die presse gegeben werden soll er muss es ja vorher bewilligen dass dass der tote erwin haumer heißt sagt kottern und wahrscheinlich ermordet worden ist viel ist das nicht nein und sonst wir rechnen mit einer verhaftung innerhalb der nächsten 36 stunden rechnen wir nein wieso 36 stunden gefällt ihnen 34 stunden besser billig geht zur waschmuschel und wäscht sich mit kaltem wasser die hände seine lieblingstätigkeit er wäscht sich mehrmals am tag die hände in unschuld denkt kottern wie steht es überhaupt will billig wissen der fall ist komplex der präsident der sich die hände abtrocknet zuckt mit dem rechten auge soll das eine anspielung sein er verlässt das Dezernat zieht sich auf dem gang vergeblich nach der vorhin entwichenen fleischfliege um und beeilt sich am brummenden kaffeeautomaten vorbei in sein stockwerk kottern amüsiert die ständige sorge des präsidenten wegen der mitteilungen an die presse nicht mehr wenn alles an die presse gelangt wäre was sich bilch an überstürzten haftbefehlen hausdurchsuchungen und fahndungen schon als Dezernatsleiter geleistet hat wäre er längst in früh pension aber es dringt sehr wenig nach außen auch bilchs persönliche kleindier jagt nicht die staatsanwaltschaft hat sich zuletzt anträge bilchs auf haftbefehle von kottern und schremser bestätigen lassen in der früh hat kottern seine unterschrift unter einer protest resolution der öffentlichen bediensteten verweigert die resolution richtet sich gegen einen film den das fernsehen vor wenigen tagen gesendet hat ein kriminalbeamter hat im film bei einem geständnis mit einer ohrfeige nachgeholfen und bei einer hausdurchsuchung statt der haustür eine klotür aufgebrochen es es hat es hat auch gleich eine parlamentarische anfrage an den innenminister gegeben ob so ein film nicht geeignet sei das bild der polizei in der öffentlichkeit schlecht zu machen kottern weiß nicht was die öffentlichkeit für ein bild von der exekutive hat der film hat es wahrscheinlich nicht verschlechtern können außerdem hat der film ja nicht behauptet dass polizisten ununterbrochen geständnisse herausprügeln oder klotüren einrennen kottern sind genügend fälle bekannt in denen beamte ein geständnis beschleunigen wollten oder sonst gegen die vorschrift gehandelt haben an die öffentlichkeit kommen bestenfalls die spektakulären fälle etwa die beiden kaufhausbesitzer die vor ihrem kaufhaus vom polizisten erschossen wurden die polizisten hatten sie irrtümlich für einbrecher gehalten vor allem die unnötigen kleinigkeiten werden bei der polizei andauernd verduscht zusammengehörigkeitsdenken korpsgeist eine haltung die es jedenfalls schwer macht in schweren fällen anders zu reagieren der resolution haben sich auch noch andere berufsgruppen des öffentlichen dienstes angeschlossen weil auch ein offizier des bundesheers und ein eisenbahner im film vorgekommen sind die nach dienstschluss alkohol getrunken haben der verheiratete eisenbahner hat gar eine freundin gehabt aber vielleicht glauben es die resolutionsverfasser wirklich es kann nicht sein was nicht sein darf kapitel 9 es würde mich beileibe nicht wundern wenn er sich am ende als der jeniger welcher herausstellen sollte das kaffeehaus jakob urmachers heißt andante weil es sich in der nähe des konzerthauses befindet schremser ist mit seinem privatwagen gefahren einem zitrönen ds mit zusatzeinrichtung schremser kann mit der hand gas geben jakob urmacher ist noch nicht bereit die zwei beamten nehmen inzwischen im lokal platz das kaffeehaus besteht aus zwei großen hohen räumen mit runden marmortischen in der mitte und rechteckigen bei den fenstern der dritte raum ist das bridge zimmer das erst am nachmittag geöffnet wird an einer wand die mit einem renoir motiv tapeziert ist steht ein jetzt zugedeckter billiardtisch eine serviererin in schwarz weiß bringt den bestellten kaffee auf dem blechunterdeller liegen zuckersäckchen mit aufgedruckten tierkreiszeichen schrammel hat ein bäckchen mit steinbock bekommen er ist wirklich steinbock auch schrammel hat das richtige säckchen bitter der uhrmacher hat sich über uns informiert vermutet schrammel sofort zufall sagt schrammel 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 liest von seinem bäckchen ab steinbock günstige eigenschaften ausdauernd willensstark ernst schweigsam ungünstige eigenschaften hartherzig starrköpfe 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 pessimistisch er legt das bäckchen weg und schaut sich ungehalten nach einem zuckerstreuer um wo ist jetzt der zucker fragt er schrammel zeigt auf das eben weggelegte zucker bäckchen blöd steht nicht drauf auf das gespräch mit uhrmacher hat sich schrammel nicht eigens vorbereitet ein paar fragen hat er in seinen kalender eingetragen die aber sowieso selbstverständlich sind er stellt sich uhrmacher groß schlank solarium braun anfang 40 vor vielleicht mit einem dünnen schnurrbart um 10 uhr 15 lässt jakob uhrmacher bitten er ist über 50 klein bleich und hat einen stechenden blick polizei hat meine sekretärin gesagt beginnt er lässig während er die tür zu seinem zimmer schließt auf dem mit filz ausgelegten gang zu diesem zimmer hat schremse eine zweite tür registriert richtig sagt schrammel das zimmer ist bestimmt über 60 quadratmeter groß die bezeichnung büro ist auf jeden fall falsch obwohl bei einem der beiden fenster ein schreibtisch mit zwei telefonen steht der raum verfügt über eine klimaanlage was schremser gleich anerkennend bemerkt hat die wände sind voll mit modernen grafiken der teppich ist grau und weich links von der tür befinden sich ein dreisitziges und vier einsitzige lederfotös daneben ein schwarzer high-fee turm zu dem zwei boxen in mahagoni mit schwenkbaren hochtönen gehören ein englischer stutzflügel versperrt den zugang zum zweiten fenster neben dem schreibtisch hat uhrmacher eine aufwendige funkanlage installieren lassen von der sich ein fünfbeiniger bürosessel auf rollen befindet die gegenstände foteu gelehnt hat mit einem blick er schon uhrmacher zeigt jetzt auf schrammel der seinen blick zu einer radierung neben seinem kopf abwendet ein stillleben bestehend aus übergroßen abgebrannten und noch noch nicht verwendeten zündhölzern schrammel wird uhrmacher dafür in ein paar minuten den pazoker unter das foto kleben ich möchte aber unbedingt einen ausweis von ihnen sehen sagt schrammse ruhig was uhrmacher reagiert zum ersten mal unbeherrscht es wird ihm während der nächsten minuten kein zweites mal passieren er geht zu seinem schreibtisch und sperrt eine lade auf was ziehen sie vor personal ausweis führerschein reisepass ausweis vom alpenverein pass sagt schrammse unbeirrt uhrmacher kommt mit dem reisepass der in einer blauen schutzhülle steckt in der plauderecke an der pass ist vor fünf jahren vom pass amt in der inneren stadt ausgestellt worden das foto ist in farbe der blick auf den pass ist unverkennbar die haare uhrmachers sind da noch etwas dunkler der läuft bald ab weiß ich ja ich verreise selten nach einer unterbrechung von wenigen sekunden setzt er fort worum handelt es sich die sätze uhrmachers klingen für schremser schon wieder wie vorher aufgesagt stereotyp ein mann ist vorgestern erschossen worden der ihnen möglicherweise bekannt ist wie heißt er erwin haumer uhrmacher bleibt gelassen ist nicht überrascht kenn ich nicht wer soll das sein noch nie von ihm gehört nein herr inspektor inspektor gibt es keinen verbessert schrammel das muster der rechthaberei entschuldigung vielleicht kenn ich den schremser legt die vervielfältigte fotografie haumers auf den niedrigen tisch uhrmacher betrachtet das bild ausgiebig und schüttelt den kopf unbekannt verkündete er wirklich hand aufs herz sagt uhrmacher schremser seufzt der kaffeehaus besitzer schreckt wirklich vor keinem satz zurück fehlt nur noch denkt schremser dass er den stechblick senkt warum haben sie dem haumer dann zwei nicht bestellte gäste ins haus geschickt schremser weiß dass dieser versuch keine chance hat wohin denn gibt sich uhrmacher ratlos wieso besteht überhaupt ein zusammenhang zwischen dem und mir sie haben gesagt er ist tot er hat uns eine nachricht hinterlassen da werden sie mit zwei anderen herren genannt so mit wem mit einem alphons stäuber kenne ich auch nicht der ist zurzeit auf segelurlaub schön für ihn robert bellinger heißt der andere der ist mir bekannt sagt uhrmacher flüchtig schränkt er sofort wieder ein der spielt gern pritsch in ihrem klub will ihm die polizei bei mir lokalverbot geben wissen sie dass der bellinger mehrmals vorbestraft ist ja das ist mein beitrag zu seiner resozialisierung bei mir kann jeder spielen wenn er nicht auffällt der bellinger steht nicht zufällig auf ihrer gehaltsliste nein ich beschäftige eine sekretärin fünf kellnerinnen und kellner hier vier in der diskothek einen koch einen geschäftsführer einen rausschmeißer wenn sie es so nennen wollen und zwei aufräume frauen dürfte ich bei ihnen britsch spielen will schremser wissen er drückt seine zunge gegen die ritze zwischen seinen oberen schneidezähnen er kann durch diese ritze wasser bis zu drei meter versprühen ein bei der letzten grillpate der beamten vom raub und mord mehrfach verlangtes kunststück natürlich sagt urmacher der schremser noch einmal mit den augen abtastet auf schremsers grünem farbfinderhemd zeigen sich unter den achseln schweißflecken die schon vorher im logal ohne klimaanlage entstanden sind der linke fleck ist größer warum dürfen andere nicht soll ich meinem gepflegten publikum die ungustiösen langhaarigen zumuten trinken ohnehin nur einen kaffee und bleiben drei stunden jetzt schaut er schrammel an sie müssten auch einmal zum friseur schrammels strähnige haare hängen über den hemd kragen wird in ihrer diskothek mit rauschgift gehandelt das wird in jeder diskothek sie haben nichts damit zu tun nein schauen sie ich meine steuer erklärung vom letzten jahren die lokale gehen nicht glänzend aber ordentlich ich führe ein angenehmes leben warum soll ich mich auf was anderes einlassen ihr ruf schaut ganz anders aus wer hat was gesagt regt sich urmacher auf ich verklage ihn sofort sie übertreiben meint schrammsel immer gibt es welche die einem was nicht gönnen vielleicht jemand der in ihrem klub zu viel verloren hat beim bridge geht es um lächerliche einsätze immer urmacher steckt ein vitaminpon in den mund dass er aus einer seitentasche genommen hat schrammsel hat die letzte minute schon ungeduldig auf seine frage gewartet und mit beiden beinern gewackelt schrammsel lässt ihm die frage wo waren sie am montag um 14 uhr ist da der man erschossen worden ja hier war ich gibt es zeugen mischt sich schrammsel ein schrammsel hat wieder pause mindestens 20 um 14 uhr wird im bridge club angefangen am montag habe ich selber mitgespielt aha sagt schrammsel sie spielen gern zur entspannung selten schrammsel hebt den kopf uhrmacher scheint jetzt doch etwas zu eilig geantwortet zu haben und nicht mehr ganz so sicher zu sein er reibt seine finger am reise pass den er noch immer hält aber am montag ausgerechnet um 14 uhr wollten sie auf jeden fall beim bridge dabei sein gefällt ihnen mein alibi nicht mir gefällt kein alibi sagt schrammsel schrammeln notiert die private adresse und telefonnummer jakob urmachers der doppelte lokalbesitzer bewohnt eine neubau villa in neustift mit seiner zweiten frau die 15 jahre jünger ist als er die töchter aus erster ehe 14 und 16 jahre alt stecken in einem internat der ursulinen bei der rückfahrt muss schrammsel den zitrön an einer geregelten kreuzung am donaukanal stoppen er hat das schiebedach mit der handkurbel fast zur gänze geöffnet und alle seiten fenster nach unten gedreht es stinkt nach pferdemist ein fiaker muss vor kurzen die kreuzung überquert haben eine explosion ist zu hören schrammelt zieht unwillkürlich die dienstwaffe und entsichert sie zwei autos weiter hinten ist an einem pontiac die windschutzscheibe geplatzt der fahrer hat im klimatisierten auto bei voller lautstärke die bg's you win again angehört der verkromte hi-fi turm im wagen könnte der nur unwesentlich kleinere bruder des turms bei uhrmacher sein ein paar meter weiter hält schrammsel den wieder an vor einem friseursalon sind die haare wirklich zu lang fragt schrammelschüchtern nur eine besorgung beruhigt im schremser verlässt das auto und steigt die beiden stufen zum friseursalon zeitelgruber hinauf eine minute später kommt er mit einer nur leicht gefüllten weißen nylontasche zurück weil schrammeln und schremser doch länger als erwartet ausbleiben setzt sich Kottern mit den Anzeigen im 20. Bezirk auseinander soweit das per Telefon möglich ist nach den Anzeigen von insgesamt fünf verschiedenen Personen soll es auf dem Allerheiligenplatz wiederholt zu Schießübungen gekommen sein der Allerheiligenplatz ist vom Unfallort nicht weit entfernt Kottern lässt sich mit dem Beamten auf dem Bezirkskommissariat in der Pappenheimgasse verbinden der die Untersuchung geleitet und im Moment zum Glück nicht dienstfrei hat der Beamte heißt Scheutel er hat mit seiner Gruppe sechs Jugendliche eruieren können die für die Schießübungen verantwortlich waren sie sind alle auf freiem Fuß angezeigt worden teilt Scheutel mit beziehungsweise die Eltern in allen Fällen wegen Ruhestörung in einem Fall verbotener Waffenbesitz Welche Waffen unterbricht in Kottern Luftdruck Gewehre Gaspistolen und ein Revolver Keine richtigen Gewehre Nein den Revolver haben wir nicht mehr retoniert ein Wehrmachts Revolver den einer der Burschen nur gefunden haben will Wäre es möglich dass die auch Gewehre haben Glaube ich nicht Bis auf die Zähne bewaffnet waren die nicht Die haben an den Abenden auf Dosen und Dauben geschossen Auch auf der Donauinsel Genauso in der Nähe des Handels Käse fällt Kottern auf Er überlegt ob die Jugendlichen auch auf Bier Dosen geschossen haben könnten die ihm im Regal noch fehlen Die allgemeine Tendenz zum Schießen ist Scheutels kurzgefasste Meinung Ja sagt Kottern vielleicht Da ist noch was das auffällig ist fügt Scheutel an Die Burschen haben sich Uniformen verschafft von der NATO und von der deutschen Wehrmacht SS-Gürtel und so weiter Sie begrüßen sich auch mit Heil Hitler Eine Anzeige nach dem NS-Gesetz haben sie nicht veranlasst Wegen Wiederbetätigung Scheutel lacht gekünstelt in die Sprechmuschel Die sind zwischen 15 und 18 Mit denen müsste nur ernsthaft gesprochen werden Das ist alles Wer macht das Scheutel gibt keine Antwort Bis jetzt sind keine weiteren Beschwerden und Anzeigen gekommen sagt Scheutel und will damit seine Ansicht unterstreichen dass die Jugendlichen zwar waffennahen aber harmlos und ansprechbar sind Er will Kottern eine Liste der Jugendlichen durchgeben Kottern verbindet ihn mit Fräulein Domnanovic die Kottern nach 10 Minuten die vollständige Liste samt den Adressen bringt Rudolf Stahls und Raub und Raub Überfalls Peter Kastner 18 Arbeitslos Engert Straße 128 Scheutel hält Gerald Wiesinger für den Redelsführer und vermutet dass ihn Kottern auch am späten Vormittag oder frühen Nachmittag daheim antreffen könnte 5 vor 12 treffen Schrammel und Schremser in Kotterns Büro ein Schremser gibt einen Bericht und schließt seine gefasste Meinung an Der Uhrmacher lügt Kottern berichtet von der jetzt zweifelsfreien Identifizierung Haumers Schremser macht ein Gesicht als habe er gehofft dass der Erschossene doch nicht der ihm bekannte Betrüger ist Die Nachricht vom zweiten Auftritt Haumers bei der Frau Kalbeck nimmt Schremser auch nur mit einem Achselzucken auf Kottern will zunächst versuchen Gerald Wiesinger zu erreichen und den unvermeidlichen Besuch bei Bellinger verschieben von dem er sich so viel verspricht wie beim Gespräch mit Uhrmacher anscheinend herausgekommen ist nichts Schremser liegt in der Einschätzung der Schießübungen genau auf der Linie Scheutels Lausbuben sagt er und hält das Aufsuchen Wiesingers für absolut sinnlos nicht einmal für eine lästige Pflicht Übung Schremser nimmt sein in der Thermos Flasche mitgebrachtes Menü Grießnockerlsuppe gekochtes Rindfleisch mit Rotkraut Schokoladenpudding vor dem Glas mit den Schleierschwänzen ein Kottern beschränkt sich auf ein Fruchtjoghurt mit kleinen Erdbeerstücken Zehn Minuten nach zwölf verlassen beide das Büro Schrammel hält die Stellung Vor der Tür zum Präsidenten bleibt Schremser stehen und klopft an Die Sekretärin ist nicht da Schremser öffnet die Tür Vorwand Der Präsident will gern informiert werden wohin seine Beamten unterwegs sind Bilch ist wieder nicht da wahrscheinlich beim Mittagessen in der Kantine Schremser tauscht den Fliegenspray mit dem Haarspray aus der Leilandasche aus Beide Dosen haben etwa die gleiche Größe Nicht vergeblich eingekauft meint Schremser zu Kottern der die Szene wortlos beobachtet Schremser präsentiert ein schadenfrohes Gesicht als er wieder auf dem Gang ist Kottern kann sich gut vorstellen dass Schremser nicht davor zurückschrecken würde selber fliegen zu fangen und in einer leeren Käseschachtel ins Sicherheitsbüro zu transportieren nur um den Präsidenten in Unruhe zu versetzen Kapitel 10 Mein Gott das ist ja absurd Sidney Sheldon Edwin Lund ist nach einer traumlosen Nacht gegen sieben Uhr aufgewacht und um acht aufgestanden er hat 20 langsame Liegestütze nur auf den Daumen und Mittelfinger gemacht geduscht und mit einem Apfelschambon die Haare gewaschen nachher hat er in einer Erzählung von Camus gelesen die er in einer Taschenbuchausgabe mitgebracht hat das Buch hat seinen ständigen Platz auf der Ablage über dem Bett Dass offenbar ein anderer Erwin Haumer beseitigt hat beschäftigt Lund seit gestern ohne Unterbrechung An Zufall will er keinen Gedanken verschwenden Er hat emsig nach Möglichkeiten gesucht die dem Auftraggeber irgendeine geringfügige Chance lassen würden ihn hier in der Stadt aufzuspüren Er hat keine schwache Stelle an seinem Aufenthalt entdeckt Seiner Meinung nach ist auch der Auftraggeber überrascht worden nicht vom Tod Haumers nur durch den Umstand dass Lund nicht der Täter gewesen ist Die einzige Erklärung die Lund möglich scheint ist einfach es muss noch jemand erhebliches Interesse daran gehabt haben Erwin Haumer zu beseitigen Ein Unfall ist im Handumdrehen arrangiert Lund wusste bis gestern nur über Haumers bevorzugte Bewegungen durch Wien Bescheid Dass Haumer ein Gewohnheitsbetrüger war hat Lund erst aus der Zeitung erfahren Er betrachtet die beiden Fotos die Haumer auf einem Sportplatz als Zuschauer zeigen und mit dem anderen Material hinterlegt worden sind Ein Mann Anfang 40 schätzt Lund ohne besondere Kennzeichen wenn man von seiner leicht vorgebeugten Haltung beim Gehen die Lund beobachten konnte und dem schlecht sitzenden Anzug absieht Lund bleibt auf jeden Fall noch einige Tage Flughäfen und Grenzen werden seinetwegen sicher nicht bewacht eine plötzliche Abreise wäre also kein bedeutendes Gefahrenmoment aber keineswegs notwendig er kontrolliert wie an jeden Morgen das zerlegbare Gewehr mit Zielfernrohr eine eher kleinkalibrige Waffe die keine riesigen Verletzungen oder Zertrümmerungen verursacht um zehn verlässt Lund die Wohnung in der leichtesten Hose die er im Kasten gefunden hat er fährt mit dem Lift ins Erdgeschoss läuft einen Briefträger über den Weg der ihn aufhält Wohnen sie da will der Briefträger wissen nein der Briefträger hebt das von ihm vor seiner Frage fallen gelassene Bündelzeitungen wieder auf und geht zur Hausbriefanlage weiter der hat misstrauisch geklungen redet sich Lund ein paar Minuten lang ein der kann nicht misstrauisch sein lautet sein endgültiges Urteil vermutlich ist er nur neu in diesem Region Lund fährt mit der Straßenbahn und der Stadtbahn zum Westbahnhof in der Straßenbahn bleibt er auf der gerippten Plattform und studiert die Benützungsvorschriften ein Kontrollor mit schwarzer Schirmkappe steigt ein überprüft Lunds Fahrschein bei der nächsten Haltestelle steigt ein zweiter Kontrollor mit Kinnbart zu der ebenfalls den Fahrschein begutachten will Lund lehnt mit dem Kopf ab auch gut erklärt der Kontrollor das macht 200 Schilling Lund schüttelt wieder den Kopf sagt weiterhin kein Wort und zeigt zum anderen Kontrollor der im Wageninnern bei einer älteren Frau steht die schwerhörig ist oder sich schwerhörig stellt der Kontrollor im Wageninnern bestätigt mit einem Nicken dass Lund einen Fahrschein besitzt der in Ordnung ist Lund lächelt warum sagen sie nichts ärgert sich der Kontrollor mit dem löchrigen Bart er muss sein kleines Strafbuch wieder einstecken dem Kollegen im Wageninnern wird er gleich seine Klassifizierung Lunds mitteilen Ei Lund weiß dass er eigentlich falsch gehandelt hat auch wenn sechs Kontrollore aufgetaucht wären hätte er sechsmal den gültigen Fahrschein einfach vorweisen müssen jedem unnötigen Konflikt sollte er ausweichen auf dem Westbahnhof wählt Lund in einer Kabine die Nummer des Auftraggebers und lässt lange läuten niemand hebt ab Lund besorgt sich beim Kiosk im ersten Stock eine Zeitung in der die Aufforderung Kotterns an Zahnärzte und Krankenhäuser enthalten ist Lund ist gleich sicher was das bedeutet die Identität Haumers steht nicht unbedingt fest in der Zeitung heißt der Vorfall von Montag noch Unfall Das Bahnhof Wirtshaus ist fast leer Zwei Männer in langen Mänteln spielen bei den Stehtischen 17 und 4 Sie trinken aus großen Gläsern Weißwein Der Musikautomat wird repariert Eine öde Kulisse Lund geht zum Schanktisch hinter dem eine dicke Frau mit vielen Löckchen auf einem Sessel mit Plastiklehne sitzt Sie kommt Echt Cent hoch Eine Büchse Bier sagt Lund Was wollen Sie fragt die Verkäuferin laut Dosenbier Ja Red nicht so geschwollen daher Wirst mich ärgern Nein Sie stellt ihm die Dose hin und kassiert 15 Schilling Um elf befindet sich Lund wieder in der Telefonkabine Jetzt hebt der Auftraggeber schon beim zweiten Ton ab Ich bin es sagt Lund nur Warum Haben Sie Auftraggebers hört sich sorgenfrei an Möglicherweise ist nicht Haumer in dem Auto gestorben Bestimmt war es der Haumer Das steht endgültig fest Sie haben mich gestern nur für dumm verkauft Warum Der Haumer ist erschossen worden Das war kein Unfall Wer behauptet das Ist im Radio durchgegeben worden Von wem erschossen Ich weiß nicht Ist schon gut Meint der Auftraggeber gut gelaunt Wann wollen Sie über den Rest verfügen Ich melde mich Richtig Sie bleiben ja noch sagt der Auftraggeber mit ungebrochener Fröhlichkeit Recht haben Sie Machen Sie sich ein paar schöne Tage Vor der Telefonzeile fragt ein glatt rasiertes Männchen mit weißen Schläfen ob Lund seine Zeitung noch benötigt Lund gibt sie bereitwillig ab Beim Ausgang hält er einer Autostopperin mit Rucksack die Tür auf bevor er ins Der Himmel ist praktisch wolkenlos Jemand berührt ihn von hinten an der Schulter Ein Polizist der gutmütig valutiert Kommen Sie mit sagt er dann Gar nicht mehr gutmütig Warum Nicht fragen meint der Polizist Nur mit kommen Er befördert Lund vor sich her zurück in die Bahnhofshalle wo ein zweiter uniformierter Polizist wartet der den kleinen Mann mit den weißen Schläfen festhält Daneben steht noch ein Zivilist Wahrscheinlich ein Kriminalbeamter glaubt Lund der sich als Tourist gedarnt hat mit einer Polaroid Kamera und einem gelben Aufschlag Hemd das mit verschiedenen Konjak Marken bedruckt ist Jarapec stellt sich der verkleidete Polizist vor Ich habe die Übergabe beobachtet Was reden Sie? Gut beobachtet verbessert sich Jarapec der ein Polaroid Foto hält Auf dem etwa 40 jährige Männchen zu sehen dem Lund die Zeitung überreicht Gelungenes Foto nicht wahr? Ich kann mich ausweisen bietet Lund an Umso besser meint Jarapec Wissen wir gleich an wem wir sind Er greift den von Lund hingehaltenen Reisepass Herr Schrott aus Köln Jarapec wendet sich dem anderen festgenommen zu der bis jetzt noch nicht den Mund aufgemacht hat und sie kein Ausweis Jarapec bekommt keine Antwort schön das macht die Angelegenheit spannender Name das Männchen hüllt sich beharrlich in Schweigen naja gibt sich Jarapec witzig in der Aufregung weiß man oft nicht wie man heißt was soll denn übergeben worden sein fragt Lund der uniformierte Polizist der den namenlosen festhält weist ein Bäckchen vor was ist das wissen wir noch nicht antwortet Jarapec bissig saccharin baby puder zement vielleicht helfen sie uns auf die sprünge wir sind informiert worden dass es heute zu einer übergabe kommt klären sie das gefälligst auf verlangt Lund von seinem angeblichen Mittäter sie wissen doch ganz genau dass ich ihnen nur eine Zeitung übergeben habe das Männchen zuckt die Achseln weicht Lunds Blick aus und findet die riesige Bahnhofsuhr besonders interessant unser Nobody ist stumm sagt Jarapec jeder der uniformierten Polizisten quittiert die Feststellung mit einem untergeben Grinsen Lund ist klar dass der andere Festgenommene die Überwachung des Bahnhofs bemerkt hat und mit der Bitte um die Zeitung einfach ihm den aktiven Part zuspielen wollte er holt zu einem Tritt aus den der Polizist neben ihm unterbindet Sie Sie haben telefoniert meint Jarapec zu Lund in Österreich verboten mit wem mit dem Hotel wo wohnen sie noch nirgends bin er erst angekommen Der eine heißt nicht der andere wohnt nicht kommentiert Jarapec schon wieder für die Galerie die mittlerweile neben den zwei uniformierten aus wenigen gaffenden Zuschauern besteht alle beide aus Luft wahrscheinlich vermutet Lund gestaltet Jarapec Verhaftungen immer so humorvoll im übrigen teilt Jarapec mit haben wir auch einen Film von der Übergabe gedreht er zeigt auf einen Mann der in einiger Entfernung mit einer Kamera abwartet auf einen Wink Jarapecs verlässt der Mann den Bahnhof interessanter Film sagt Lund der sicher ist diese Situation nicht unbeschadet verlassen zu können Golden und Bären wenn wir keinen kriegen bedauert Jarapec sie sehen leugnen ist zwecklos sie sind dran alle zwei er lässt beide festgenommen von den uniformierten durchsuchen gibt nur mündliche Tipps dazu beim Männchen kommt ein Revolver zum Vorschein oh sagt ein Dienstmann der sich unter den Zuschauern befindet ein kleiner gestutzter Pudel beginnt zu kläffen Jarapec weist im Samt seiner rosa Besitzerin aus der Halle Lund hat außer dem Bass nur österreichisches Geld eingesteckt kein Gepäck auf Bewahrungsschein wundert sich Jarapec nein auch keine Schlüssel für einen Schließfach nein sind 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 sie ohne Gepäck in Wien das ist verloren gegangen Lund spürt dass das nur mehr ein lächerliches Rückzugsgefecht ist traurig spottet Jarapec für ihre Verlustanzeige werden wir uns später auch noch Zeit nehmen wenn sie wirklich noch Wert drauf legen er lässt das Männchen und Lund in zwei mittlerweile eingetroffene Funkstreifen Autos verladen Im Sicherheitsbüro wird Lund von Jarapec und einem zweiten Beamten verhört Der Inhalt des Bäckchens hat sich schnell als Heroin herausgestellt Astrein sagt Jarapec um in ihrem Slank zu bleiben Ich habe damit nichts zu tun bedeuert Lund Der Zwerg will mich reinlegen Mit welchem Zug sind sie gekommen will Jarapec wissen Lund nennt den Namen und die Nummer eines Zuges der am Morgen aus der Bundesrepublik eingetroffen ist Lund hat den Namen während er auf seinen zweiten Anruf gewartet hat auf der Ankunftstapel gelesen und sich merken können Wo ist ihre Fahrkarte fragt Jarapec mit plötzlich verschnupfter Stimme und gibt sich im nächsten Moment selber die Antwort Die ist wohl gleichzeitig mit ihrem Gepäck in Verlust geraten Habe ich Recht? Ja Unwahrscheinlich Die Jarapec muss kräftig niesen und sich schnäuzen Keine Erziehung meint er sachlich zum anderen Beamten der nur als Aufsicht anwesend zu sein scheint Zum Wohl sagt man doch bei euch bestimmt auch Es wäre gelogen sagt Lund Jarapec gefällt die Antwort Er stößt seinen Kollegen gegen die linke Schulter und trägt das Papiertaschentuch zum Papierkorb In welcher Klasse sind sie den gereist in der zweiten Allein im Abteil Eine ältere Dame die ununterbrochen gestrickt hat war mit mir im Abteil Herzig sagt Jarapec und knöpft sich seine Jacke auf Miss Marple Dann ist noch ein Vertreter für Lesegeräte dazugekommen Jarapec verspricht eine rasche Überprüfung von Lunds Angaben Lund weiß dass ihm die beiden Kriminalbeamten kein Wort glauben Auf keinen Fall werden sie die von ihm gemachten Äußerungen über die Bahnfahrt im Eiltempo überprüfen können Kasparltheater nennt der zweite Beamte das Verhör er heißt Oskar Cermak und ist erst seit zwei Jahren beim Sucht Gift dem gehört eine aufs Maul ja sagt Jarapec der dafür nicht zu haben ist oder in noch bessere Stellen Jarapec lehnt ab Lund hat mitgehört wie die Beamten mit Absicht nicht geflüstert haben die verbale Drohung hält Jarapec für durchaus akzeptabel er wendet sich wieder Lund zu wo wohnen sie in Köln wie ihre Adresse Maximilien 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 straße 56 türe 13 jetzt ist die sache endgültig erledigt wahrscheinlich gibt es eine straße mit diesem namen in köln überhaupt nicht lund war überzeugt dass die alleinige überprüfung seines passnamens nichts ergeben hätte ein walter schrott ist in köln auf jeden fall gemeldet hat man ihm in saarbrücken versichert jarapec begleitet lund zum fotografieren und zur prozedur für die fingerabdrücke eine anfrage ob etwas gegen walter schrott vorliegt an die zuständige stelle in der bundesrepublik läuft schon im internationalen verhandlungsbuch hat jarapec den namen schrott nicht finden können er wird auch die eben genannte adresse überprüfen lassen das männchen das in einem anderen zimmer vernommen wird schweigt noch immer scheiße sagt lund bevor er seine finger einzeln in den vorgeschriebenen quadraten auflegt wollen sie mit ihrer botschaft oder ihrem konsulat kontakt aufnehmen fragt jarapec nein antwortet lund schnell der film ist außerordentlich rasch entwickelt und vorführbereit er ist auch wie er hofft ein unumstößlicher beweis allerdings ausschließlich für lunds beteuerungen es ist deutlich zu sehen wie lund nur die zeitung übergibt das paket hat das männchen von anfang an in seiner tasche gehabt auch das mehrmalige betrachten betrachten seine fingerabdrücke fälschlich zugeschrieben worden. Sie werden gleich die nötige Verlustanzeige wegen Ihres Gepäcks erstatten wollen, nimmt Jerapec an. Hier. Hier geht es nicht. Ist Ihnen der Koffer auf dem Bahnhof weggekommen? Ja. Dann müssen Sie auf dem Wachzimmer dort die Anzeige machen. Ich lasse Sie selbstverständlich hinbringen. Jerapec geht mit Lund die Stufen hinunter zum Ausgang. Entschuldigt sich noch einmal, schiebt Lund in einen wartenden Funkstreifenwagen und schlägt die Tür zu. Glück gehabt, murmelte er, als er wieder im Gebäude ist, weil Lund keine Schwierigkeiten gemacht hat. In zwei Stunden wird er ganz anders darüber denken. Er holt sich ein Spreit vom Gangautomaten auf seinem Stock. Lund sitzt im Fond, hat kaum Platz für seine Beine. Seine derzeit geringste Sorge. Immer noch befürchtet er, die Streife könnte bei Funk zurückbeordert werden. Er schwitzt auf den Handflächen, die er gegeneinander presst. Lassen Sie mich aussteigen, sagt Lund, als das Polizeiauto auf dem Parkplatz beim Bahnhof einbiegt. Das Wachzimmer ist da drüben, sagt der hilfsbereite Fahrer und blickt in die Richtung seines ausgestreckten linken Arms. Ich muss auf die Toilette, dringend. Den ganzen Tag bin ich nicht dazugekommen. Die polizeiliche Hilfsbereitschaft wird von Verständnis abgelöst. In Ordnung, sagt der Fahrer und steigt je auf die Bremse.